Hallo, hier ist Hennis Bender und ihr hört die Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zur Niegel-Nagel-Neuesten-Ausgabe der Comic-Cookies. Hallo, ich bin der Andi und ich habe die wahre Freude, heute das erste Mal live nach dem Comeback wieder mit dabei zu sein. Und ich bin nicht der erste Andi hier in dieser Runde, ich bin der zweite Andi. Nach dem anderen Andi, hallo Andi. Ja, dann bin ich wohl der erste Andi, sehr kompliziert, wie du das heute machst. Aber gut, das war der Tele-Andi, wie wir ihn auch gerne nennen, ich bin der Andi Preller. Und außerdem wieder mit dabei natürlich heute auch der liebe Patrick, hallo Patrick. Hi. Und dann noch mit jemandem, der alteingesessene, der sagenumwobene, der Fantastische, der Breedstorm. Moinsen. Nabend. Guten Tag. Ja, schön Mensch, alle vier zusammen vor dem Mikro, fantastisch. Ja, das ist jetzt das erste Mal in, naja, je nachdem wie man zählt, die vierte Folge, die wir jetzt in der Besetzung veröffentlichen. Das letzte war ja jetzt das Crossover mit meinem anderen Podcast, das alles, das Interview mit den Yellowstone-Machern. Aber wenn wir jetzt mal so diese Crossover-Folge rausnehmen, ist quasi die dritte Folge der Neuauflage und das erste Mal, dass wir in dieser Vierer-Besetzung zusammen sind. Sehr schön, dass das heute mal klappt. Ja, erzähl mal, du hast gerade das Special angesprochen. Da draußen werden es natürlich alle schon gehört haben, aber das war ja auch ganz schön geiler Scheiß. Vielleicht willst du mal für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, mal kurz zusammenfassen, was wir da eigentlich gemacht haben bei dem Special. Ja, gerne, also die Herren Philipp Spreckels und Dave Scheffel, er ist der Autor, zweiter Zeichner des Comics Yellowstone. Der Comic ist jetzt gerade, also wir haben es jetzt seit September 2020, ist der Comic jetzt gerade erschienen bei Zwerchfell. Ich hatte die mal auf Twitter angeschrieben, beziehungsweise die hatten vor Jahren das Projekt mal angekündigt, dass dieser Comic jetzt gemacht würde und dass der irgendwann mal rauskommt. Und da hatte ich dann auf Twitter drunter geschrieben, habe gefragt, ob sie Lust hätten, mal im Podcast vorbeizukommen, bei das alles damals eben noch. Und das muss sowas wie ungefähr drei Jahre her sein oder so. Und dann habe ich damals die Antwort bekommen und es hieß, ja, wenn der Comic dann mal soweit ist, wenn der dann mal rauskommt, dann können wir das gerne machen. Und habe jetzt nach all den Jahren nicht zwingend damit gerechnet, dass die von sich aus sich da daran erinnern und da auf mich zukommen. Aber es ist tatsächlich passiert, also jetzt Anfang 2020 hat mich der Philipp dann irgendwann mal angeschrieben und meinte, jetzt dieses Jahr kommt er raus, wir könnten dieses Interview dann mal machen. Und dann durch Corona etc. hat sich das alles ein bisschen rausgezögert. Der Comic wäre sonst zum Comics-Jong-Argen rausgekommen, Comics-Jong hat nicht stattgefunden, hat sich auch die Veröffentlichung des Comics verzögert. Wir sind zwischendurch immer in Kontakt geblieben und sagen, okay, wenn es dann dann soweit ist, wenn es bei euch passt, dann machen wir dieses Interview. Mittlerweile bin ich dann auch bei den Comic-Cookies mit eingestiegen und dann haben wir gesagt, ja, jetzt, wo der Comic jetzt dann rauskommt, dann lass uns das Interview doch machen. Aber um den beiden auch ein bisschen noch eine größere Plattform zu geben, mehr Reichweite, dann machen wir das doch als Crossover mit den Comic-Cookies. Wir haben dann den Tele-Andi noch mit eingeladen, also ich und Dirk von das alles waren dabei, der Andi jetzt dann quasi noch als weiterer Vertreter der Comic-Cookies war mit dabei und dann eben Philipp Spreckels und Dave Scheffel. Und wir haben, ich weiß gar nicht, zwei Stunden oder irgendwie so mit denen gesprochen, Interview gemacht, Gespräch gemacht über erstmal ihren Werdegang mit dem Thema Comics als Comic-Leser, aber auch als Comic-Macher. Und dann natürlich auch die Entstehung des Comics. Ein schöner Abenteuer-Comic, ein bisschen ein zukunftsdystopischer, in Amerika spielender Abenteuer-Comic, der jetzt, wie gesagt, bei Zweigfeld gerade erschienen ist, den ich echt ziemlich, ziemlich gut fand. Sieht toll aus, also ich mag besonders die Grafik sehr gerne, ist sehr zu empfehlen und sind zwei sehr, sehr launige Gesprächspartner gewesen. Man kann sich ja nicht immer drauf verlassen, wie Leute, mit denen man spricht, dann auch selber so, wie gesprächig die sind und wie auskunftsfreudig die sind und wie gut die sich von dem Mikrofon auch ausdrücken. Aber das hat mit den beiden sehr, sehr schön geklappt. Die haben sehr, sehr viel auch einfach von sich selbst aus erzählt. Das war echt ein tolles Gespräch und meiner Meinung nach lohnt sich das anzuhören. Andi, wie war dein Eindruck? Auf jeden Fall. Die Jungs waren extrem angenehm auch im Gespräch und ich denke, wir haben es auch geschafft, das Optimum aus der Soundqualität rauszuholen hier. Denn das waren ja wirklich auch zwei Jungs, die jetzt nicht jeden Tag podcasten. Inhaltlich fand ich es toll. Ich finde den Comic übrigens auch toll. An der Stelle mal eine Empfehlung. Da kann man echt mal einen Blick riskieren. Was ganz aktuell ist, auch interessant ist mit dem Artwork, das man auch nicht jeden Tag sieht. Und ja, insgesamt denke ich, war das eine echt tolle Aufnahme. Auch ein tolles Crossover, dass die Comic-Cookies und das alles wir so schon lange mal hätten machen müssen. Ja, der Breedstorm war ja zumindest schon bei uns zu Gast. Zweimal, glaube ich, bei das alles. Und ja, und ich habe auf dem Comic-Song zumindest auch schon ab und zu mal in den Comic-Cookies-Mikro reingeredet. Aber so eine echte Crossover-Folge hatten wir bisher noch nicht. Da musste ich erst in beiden Podcasts aktiv werden, um das zu organisieren. Naja, gut. Aber du konntest ja auch live hören, das Ganze war ja auch als Stream irgendwo. Ja, stimmt. Ja, also wir haben, seit wir im Lockdown waren, machen wir auch unseren Podcast über Fernaufnahme. Normalerweise sitzen Dirk und ich ja im gleichen Raum, weil der wohnt einfach wirklich nur die Straße runter hier von mir. Da laufe ich normalerweise hin. Und dann, als eben die Zeit mit Corona losging, wo wir jeder zu Hause geblieben sind, haben wir angefangen, die Aufnahmen über Studiolink zu machen. Und bei Studiolink gibt es die Funktion, dass man quasi mit einem Kopfdruck, Knopfdruck, das Ganze auch live streamt. Das haben wir dann eben auch gemacht. Wir haben das schon ein paar Mal ausprobiert, dann auch mit anderen Aufnahmen von uns und haben das dann mit dem Interview auch gemacht. Haben das im Vorfeld angekündigt, dass das eben passieren würde. An einem Montag um 20 Uhr war das, glaube ich. Und haben das dann eben auch live gestreamt und hatten halt, ja, wir haben jetzt da nicht so viele Zuhörer dabei, aber es ist immer ganz schön, wenn ein paar Leute da Spaß dran haben, das dann auch live eben nebenbei mitzuhören. Bei der Folge haben wir das jetzt nicht gemacht, bei anderen Folgen haben wir das dann auch schon gemacht, dass wir dann eben auch aktiv höhere Interaktion auch ermöglicht haben über Twitter und auch sogar über Anruf. Der Breedstorm hat da ja auch schon mal fleißig mitgetwittert bei einer Aufnahme, wo wir das gemacht haben im Livestream. Und das ist dann schon ganz cool, wenn man auch so ein bisschen Interaktion machen kann. Bei der Aufnahme jetzt wäre mir das ein bisschen zu viel geworden, nachdem wir ja schon fünf Leute in dem Podcast drin waren und da viel zu sagen und viel zu reden hatten, da jetzt nebenbei dann auch immer noch den Twitter-Feed mit zu verfolgen und da noch Hörerfragen eventuell mit einzubauen. Das wäre mir da jetzt ein bisschen zu arg geworden. Da bräuchte man dann meiner Meinung nach immer noch jemanden, der sich wirklich nur darum kümmert, das dann nebenbei noch mit zu verfolgen und mit einzubauen. Aber an sich ist das eine ganz lustige Sache, die man ab und zu mal machen kann. Ja, auch interessant mal so zur Aufnahme auch mal für euch da draußen jetzt die Information, dass wir hier, weil wir auch extrem attraktiv sind, uns natürlich mit Bildgrad angucken. Das ermöglicht durchaus so ein bisschen Absprache, mal so ein Handheben und so. Und bei der Aufzeichnung über Studio Link ging das halt nicht so gut. Und das hört man jetzt auch in der finalen Aufzeichnung, dass wir uns so ein bisschen ins Wort fallen und so. Aber das lässt sich halt gar nicht vermeiden, außer man schneidet es nachträglich, aber im Live ist das halt nicht so möglich. Und da sind wir noch am Optimieren, sage ich mal. Die nächste Aufnahme wird da bestimmt noch mal ein bisschen anders gelagert. Ich kann aber auch mal sagen, wie wir das sonst bei Eerie International zum Beispiel machen. Also schwierig ist es natürlich oder ein bisschen schwieriger, wenn man zwei Interviewgäste auch noch mit dabei hat, weil die sich nicht auch miteinander zwingend so absprechen. Und wo man auch Fragen, oder ich mache das dann zumindest immer, dass ich Fragen dann auch wirklich direkt an eine Person richte und auch den Namen sage und dann eben sage, Dave, wie ist denn das bei dir? Und wenn man Fragen immer nur so in den Raum stellt und da sind mehrere Leute, die antworten könnten, dann reden die entweder gleichzeitig oder keiner redet und dann muss man sich immer erst absprechen. Was wir bei Eerie zum Beispiel immer machen, weil wir da auch über Skype aufnehmen, aber ohne Bild, einfach für die bessere Qualität, weil wir da auch USA, England, Deutschland und so, ist alles ein bisschen schwieriger. Da machen wir das dann immer so, dass wir uns in einer WhatsApp-Gruppe quasi nebenbei mit absprechen, dass dann der Gast nicht mit dabei, sondern nur wir drei Moderatoren und immer, wenn jemand eine Frage stellen möchte, dann schreibt er in die WhatsApp-Gruppe einfach ein Q für Question und dann wissen die anderen, okay, sobald der Gast aufgehört hat zu redet, dann stellt, wer auch immer dieses Q getextet hat, stellt dann eben die nächste Frage und so koordinieren wir das da ganz gut, dass wir uns nicht gegenseitig ins Wort fallen. Verrückte Sache. Verrückte Sache. Und ich vermute mal, du hast schon komplett durchgehört, oder Breedstorm? Ich hab's leider noch nicht geschafft, aber es wurde schon gezogen. Ist schon drauf. Ja. Ja, geil. Wie sieht's bei dir aus, Patrick? Hast du schon die Gelegenheit reinzuhören oder musst du einfach die ganze Zeit Comics lesen und Filme gucken? In letzter Zeit für den Tele-Stammtisch hab ich ein bisschen was weggeguckt und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch einen Podcast, also ich kam noch nicht dazu. Also die Woche werden hier auch vier Podcasts schon allein von mir produziert. Generell werden noch ein paar mehr Podcasts produziert, also ich komm da gar nicht mal so großartig dazu, das Zeug, das wir produzieren, zu hören. Was wir hier bei den Comic-Cookies ja machen, ist es ja, dass wir Comics besprechen und da hab ich halt mal voll Bock drauf. Wir haben uns heute überlegt, wir sind ja hier zu viert und wir wollen euch nicht, also wir wollen schon, aber wir sollten euch nicht fünf Stunden lang mit unseren Reviews bombardieren. Das heißt, wir sind heute ein bisschen zurückgetreten, jeder von uns vier hat heute jeweils zwei Comics am Start, die wir euch vorstellen möchten. Breedzone, wie sieht's bei dir aus, was stellst du uns heute vor? Also ich hab mitgebracht Der Schatz der Blacks, Sworn von Pakuroka und They Called Us Enemy. Fantastisch. Andi, was hast du am Start? Ich hab den ersten Band von Shooting Ramirez und den ersten Band von Chisakobe, einem Manga. Patrick, bei dir? Äh, ich hab Batman-Kreatur der Nachts und dann hab ich das letzte Compendium von The Walking Dead gelesen. Also kann man da auch mal ein bisschen über The Walking Dead reden. Sau geil, ich hab nämlich jeweils einen der Comics auch gelesen. Fantastisch. Ich hab am Start die ganz niegelnagelneuen sechs Issues von der allerniegelnagelneuesten Thor-Serie, die es bis jetzt auch noch nicht auf Deutsch gibt. Und ich hab dabei Ausnahmezustand heißt der gute Comic. Im Gegensatz zu mir kannte der Andi nämlich auch den Künstler. Ja, das war der James-Sturm-Comic, ne? Ja, genau. Ja, auf wem brennt's unter den Nägeln auf der Zunge? Wer mag zuerst? Wer hat vielleicht schon vergessen, worum es ging und will's schnell hinter sich haben? Ich kann ja mal anfangen. Ja, genau. Und zwar mit dem Comic Shooting Ramirez. Erster Akt erschienen bei Schreiber und Leser 2019. Der Comic ist von einem Menschen namens Nicolas Petrimo. Wenn ich das richtig ausspreche, würde ich nicht die Hand für ins Feuer legen. Der ist 2018 in Frankreich erschienen und die deutsche Übersetzung ist von Resel Rebisch. Ich hab den Comic letztes Jahr mitbekommen, als der angekündigt wurde. Da war ich gerade unterwegs. Ich glaub, zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Kanada. Und war sofort relativ begeistert, einfach aufgrund der Optik, die ich da zu sehen bekommen hab. Schreiber und Leser hat so einen kleinen Trailer für den Comic veröffentlicht. Hat auch eine eigene Webseite mit so dem Promomaterial und ersten Bildern und Beschreibungen von dem Comic gemacht. Und der war sofort auf meinem Schirm so als ein Comic, okay, wenn ich wieder zu Hause bin, wenn ich wieder in Deutschland bin, dann will ich mir den auf jeden Fall mal anschauen. Ich hatte jetzt dann neulich die Gelegenheit, den hier mal wieder aus der tollen Nürnberger Leihbücherei auszuleihen. Und hab mich dann da gleich mal drüber gestürzt. Das ist ein Action-Abenteuer-Comic, würde ich sagen. Es geht um einen Staubsauger-Vertreter, die Top-Sci-Fi-Roboter-Staubsauger-Firma quasi, RoboTop, die so die tollsten Staubsauger aller Zeiten herstellt. Und es gibt da diesen einen Mitarbeiter, der so der beste Staubsauger-Instandsetzer, Reparateur, sonst irgendwas ist. Der ein bisschen unscheinbar daherkommt, nicht wirklich spricht und eigentlich so ein bisschen ein graues Mäuschen ist. Und nebenbei gibt es dann aber noch eine Story, wo es um einen Auftragskiller geht. Und irgendwie zwängt sich im Laufe der Handlung so der Verdacht auf, dass dieser Staubsauger-Mitarbeiter irgendwie vielleicht auch dieser Auftragskiller sein könnte. Also es gibt dann noch eben eine Handlung um so eine Gangster-Familie, die mit diesem Auftragskiller zu tun hatten, zumindest in der Vergangenheit. Dann gibt es noch die Story von zwei Damen, die auf der Flucht sind und irgendwie auch mit diesem Staubsauger-Vertreter noch so zusammentreffen. Und das Ganze ist in einer sehr dynamischen Grafik umgesetzt. Also es ist wirklich ein Abenteuer-Action-Comic vom Feinsten, würde ich sagen. Tolle Kolorierung, sehr, sehr energetisch. Was ganz Interessantes ist, es sind dann auch immer noch so zwischendrin einzelne Seiten wie so Werbeanzeigen drin, die so für Produkte aus dieser Welt werben. Also ein rundum designtes Gesamtpaket dieser Comic, der mir richtig, richtig Spaß und Lust und Laune gemacht hat. Und also geht es so ein bisschen in die, ja, in so eine palpige Richtung, in die ich zum Beispiel auch Breaking Bad stecken würde. Ich weiß, andere Menschen mögen jetzt wahrscheinlich nicht, dass ich den Begriff Pulp auf Breaking Bad anwende, aber das ist eine andere Diskussion, die ich an anderer Stelle auch gerne mal führe. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt auf weitere Bände. Wie gesagt, der erste Band ist letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr 2018 in Frankreich erschienen. Und jetzt, nachdem das ein einzelner Mensch gemacht hat, vielleicht hat er auch noch Assistenten mit dabei, die nicht genannt sind. Das gibt es im franco-belgischen Comic ja auch gerne mal. Aber nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich mindestens zwei bis drei Jahre dauern, würde ich vermuten, bis da jeweils ein weiterer Band rauskommt. Ich weiß jetzt auch nichts darüber, ob es irgendwie eine Anzahl gibt, auf die die Reihe angelegt ist oder ob das erstmal fortlaufend ist bis auf weiteres. Keine Ahnung, dazu kann ich nichts sagen. Aber meiner Meinung nach auch auf jeden Fall eine lohnende Geschichte, die man gut mal lesen kann, wenn man einen guten Unterhaltungscomic sucht. Und wie gesagt, vor allem auf grafischer Ebene bin ich von dem sehr, sehr überzeugt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wer aus der Runde ihn alles gelesen hat. Der Andi hat ihn gerade in der Hand. Du hast zumindest gesagt, dass du ihn halb gelesen hast neulich mal. Hast du ihn mittlerweile fertig gelesen? Fast, mit den letzten zehn Seiten. Heute Mittagsprosse war leider nicht lang genug, aber ich bin fast durch. Aber ich hab durchgeblättert, ich hab mich Spoiler lassen, ich weiß, was am Ende passiert. Breedstorm hast du ihn gelesen? Nein. Patrick, hast du ihn gelesen? Ja, hab ich auch. Patrick, wie ist so deine Meinung zu dem Comic? Ich fand den auch sehr, sehr unterhaltsam, sehr lustig. Bei mir war es so, ich bin da zufällig drauf gestoßen. Also ich war im T3 und war schon gerade am Gehen und dann ist es, wie es Eki ganz gern macht, empfiehlt er mir beim Rausgehen da noch einen Comic. Und das war eben dieser Comic. Und da hat er gesagt, wirklich das Besondere ist, dass sie einen Trailer für diesen Comic gemacht haben und der war Werbung für diesen Staubsauger, den dieser Vertreter da die ganze Zeit da verkaufen will. Und ich fand diese Werbedetails, die waren fast ausgearbeitet, also die Werbetexte, als die Welt an sich, die an der präsentiert wurde, auch mit der Gagdichte und alles. Aber es hat schon Stimmung gemacht. Es war für mich so ein bisschen Breaking Bad oder Tarantino Light. Also es ist bei weitem nicht so drastisch, aber es ist auf einem ähnlich hohen Level. Diesen Vergleich zu Quentin Tarantino, den hat man in vielen Rezensionen gelesen. Der Comic hat ja, wie gesagt, jetzt schon ein paar Monate auf dem Buckel. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen durch dieses Setting bedingt. Das ist so ein Südstaaten-Setting. Das würde ich auch vor allem deswegen erkennen, weil das irgendwie durch die Farben so wüstemäßig trocken irgendwie alles so wirkt, durch diese Farbpalette, die da gewählt worden ist. Ich fand es super cool. Ich finde es auch echt einfach interessant und deshalb allein schon erwähnenswert, weil da halt diese Geschwindigkeit in zum Beispiel Verfolgungsjagden, wie das präsentiert wird, das ist wirklich mitreißend. Ich kann die Geschwindigkeit quasi fühlen, ja. Und das finde ich schon echt gut. Auch der Jack ist eine sehr interessante Figur, unser Protagonist, der stumm ist. Und wir wissen von dem nicht so richtig viel. Wir erahnen so ein bisschen was und gerade zum Ende, wie er dann auf einzelne Figuren reagiert oder eben eigentlich auch nicht reagiert. Das sagt schon viel darüber aus, dass der Typ wahrscheinlich einiges an spannender Vergangenheit hat. Wir wissen ein bisschen was über seine Vergangenheit, dass die auch nicht immer ganz einfach war. Und ich habe auf jeden Fall Bock auf den zweiten Teil, beziehungsweise erstmal auf die letzten zehn Seiten. Und dann geht es hier weiter. Ich gucke gerade mal, das ganze Ding hat hier einen Wert, also einen Preis von 24,80 Euro für ein doch stabiles, recht dickes Hardcover. Und das Ganze ist ja auch unterteilt in, ich glaube, es waren sechs Kapitel oder so. Die dann jeweils auch durch so eine Werbung halt, ja zumindest, also es ist so eine Werbung pro Kapitel. Zur Werbung muss ich noch sagen, gerade zu Beginn habe ich mich schwer damit getan, weil ich das Gefühl hatte, ich werde rausgerissen. Aber als ich dann irgendwann so im Flow war und das auch total gut war, das einfach lustige, gut gemachte, interessante Ideen und Facetten halt diese Welt vorzustellen, konnte ich denen am Endeffekt dann doch recht viel abgewinnen und finde den Comic auch sehr gut. Aber das mit der Werbung kann ich so unterstreichen. Am Anfang dachte ich, Moment mal, ist da jetzt ein Mad Magazine reingerutscht? Weil genau so hat mich das auch aus dieser Welt gerissen. Und dann auf einmal hat sich das organisch irgendwann in diese Welt eingefügt. Das hat mich so ein bisschen von den Werbeeinblendungen an Zuru Gates erinnert, an den Comic. Da gab es auch immer wieder solche Werbeeinblendungen. Ist einfach obskur und skurril irgendwie, aber das ganze Ding ist skurril. Allein schon diese Aufmachung, dass dieser Typ ja letztlich einfach mal der krasseste Staubsauger-Ingenieur gibt, den es auf dieser Welt gibt und der kann aus einem nahezu kaputten Prototypen innerhalb kürzester Zeit das High-End-Gerät machen. Allein schon, wie man auf diesen Staubsauger abfahren kann, den beschreiben kann, den als wirklich Krönung der Schöpfung präsentieren kann, muss ich sagen, Chapeau, wirklich top. Auch in dieser Welt wird es so dargestellt, das neue Staubsauger-Modell wird live im Fernsehen vorgestellt und die Bürger sitzen gebannt vor ihren Empfangsgeräten und fiebern der Vorstellung des neuen Staubsauger-Modells entgegen. Das ist natürlich schon etwas überspitzt, aber es treibt natürlich auch so ein bisschen diesen Kontrast auf die Spitze zwischen diesem mondänen Gerät Staubsauger und der Welt des Staubsauger-Ingenieurs mit der Welt des Auftragskillers und der Gangster-Welt. Mich hat das tatsächlich an diese iPad-Werbung erinnert, als Steve Jobs noch gelebt hat. Da war dieser Hype doch auch so extrem und da wurde es auch so extrem beworben. Also einfach das neueste Apple-Produkt, da hast du in etwa so diesen Vergleich, den du da ziehen könntest beim Staubsauger, so hoch ist der Hype da. Genau, wenn Apple Staubsauger machen würde, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, das stimmt. Gut, also von daher, ich würde sagen, drei von vier Empfehlungen, einer hat es einfach noch nicht gelesen. Das können wir also sagen, wir alle empfehlen Shooting Ramirez, erschienen bei Schreiber und Leser. Und es ist soweit, ich weiß, auf zwei Bände konzipiert, danach ist diese Handlung abgeschlossen. Oh, das ist eine sehr gute Ergänzung, erschienen bei Schreiber und Leser, genau. Top. Gut. Breedstone, magst du weitermachen? Ja, sehr gerne. Also ich habe mitgebracht, der Schatz der Black Swan von Giliamo Corral und Paco Rocca. Draufgekommen bin ich, weil ich Paco Rocca natürlich sehr schätze. Er hat zum Beispiel gemacht Kopf in den Wolken oder auch die Heimatlosen, die glaube ich ebenfalls bei Reeprodukt erschienen sind und die wir damals auch schon vorgestellt haben, also in einer der älteren Folgen. Ich mag seinen Zeichenstil sehr, weil er so ein bisschen was, ja, ein bisschen was RG-mäßig hat, ein bisschen was Linkleer, aber auch ein bisschen reduziert. Und das Cover hat mich sofort angesprochen, weil das zeigt so ein paar Menschen, die durch so ein Bullauge ein größeres gucken und draußen findet so eine Seeschlacht statt. Und das ist ganz andeutig eine Anlehnung an Tim und Struppi. Falls ihr das Geheimnis der Einhorn gelesen habt, das ist genau dasselbe. In der Mitte ist quasi eine runde Fläche, wo ein Schiff drauf ist, ein paar Leute stehen davor und auch das Farbschema mit dem Beige im Hintergrund und der blauen See, das ist genau dasselbe. Also das hat er komplett übernommen. Wie gesagt, er hat es gezeichnet und der Autor dahinter ist aber dieser Guillermo Corral, der seines Zeichens Diplomat war. Und es geht darum, dass ein Schiff gefunden wird im Atlantik von so einer privaten Firma. Und diese Firma versucht darzustellen, dass das ein Schiff ist, was niemand kennt, weil sie verhindern möchte, dass das Land, das Schiff unter dessen Flagge das Schiff gesegelt ist, mal jeweils die Rechte daran bekommt. Also wenn du irgendwo ein Schiff findest und es ist eine spanische Flagge drauf, dann gehört das Schiff automatisch dem aktuellen spanischen Staat. Auch wenn das vor 400 Jahren gesunken ist. Es gehört nicht demjenigen, der es in internationalen Gewässern findet. Folglich hat natürlich diese Firma ein großes Interesse daran, den Inhalt des Schiffes zu behalten. Es handelt sich dabei nämlich um ein Transportschiff, auf dem sehr viel Gold und andere Wertsachen transportiert wurden in seiner Zeit. Der spanische Staat indes, und da kommt so ein bisschen das alte Ego von Guillermo Corral wieder raus, der selber Diplomat ist und in einer ähnlichen Situation war, der versucht zu beweisen, dass das ihr Schiff ist. Also anhand der Frachtlisten und anderen Anhaltspunkten versucht dann der Staat rauszubringen, das ist unser Schiff und das ganze Gold und die historischen Fundstücke da drauf, die gehören uns. Und vom Cover her sieht es jetzt natürlich ein bisschen aktuell aus, als könnte das ein Abenteuercomic sein, was es aber nicht ist. Also es ist eher so ein Politthriller-Diplomatie, wo die spanische Regierung mithilfe des Protagonisten, der eigentlich so ein bisschen ist wie der Guillermo, versucht, dieses Schiff zurückzubekommen. Und diese Firma, die hat den Inhalt natürlich schon längst in die USA gebracht und sehr spannend gemacht, obwohl ich nicht gedacht hätte, dass das so an mich geht, dieses Thema, weil es doch sehr juristisch teilweise ist, wie Sachen abgehandelt werden. Aber er hat es einfach sehr gut umgesetzt und ist natürlich auch was ganz anderes, wenn sich das einer ausdenkt oder wenn wie der Autor Choral das wirklich selber erlebt hat. Das merkt man ganz klar, dass da Anspielungen drin sind. Es kommt auch so eine kleine Liebesgeschichte drin vor. Und ja, das hat mich vollkommen überrascht, dass mich das Thema dann doch so mitgenommen hat. Was meinst du mit juristisch? Ist es also so, dass dann hier die Staaten sich gegenüberstehen und hier nach Paragraph sowieso, das ist ja jetzt sehr hoch, irgendwas recht, habe ich jetzt hier die Möglichkeit und so? Genau. Also es gibt quasi diese private Firma, die verhandelt und die ihr Recht durchbringen will, auch mithilfe der USA so ein bisschen. Und es wird durch allerlei Taktiererei und so wird da hin und her geschossen, quasi formell. Es werden auch Drogen ausgestoßen, weil es geht da wirklich um sehr, sehr viel Geld bei der ganzen Geschichte. Und es wird auch klar gezeigt, wie die eigentlich drauf kommen, wo Liegeplätze sind von gesunkenen Schiffen. Ja, also natürlich gibt es Aufzeichnungen, wann irgendwas gefahren ist, aber wo es letztendlich gesunken ist, wer es versenkt hat oder sowas. Das ist natürlich nicht immer klar. Und auch diese Thematik wird hier angesprochen, sodass du hinterher verstehst, wie die jetzt darauf kommen, dass genau an diesem Platz im Atlantik möglicherweise die Galone liegen kann oder welches Schiff auch immer. Und also ist was ganz anderes, als was ich bisher von ihm kannte. Also Kopf in den Wolken, das ist so eine Geschichte über Demenz, ganz niedlich umgesetzt. Mein Lieblingsbuch ist nach wie vor von ihm Die Heimatlosen, wo er so spanische Kämpfe während des Zweiten Weltkriegs begleitet hat, die für die französische Resistanz gekämpft haben. Also spanisch-Kommunisten im Prinzip, die für die Resistanz gekämpft haben, weil der Spanien sich ja nicht in gewünschter Weise am Zweiten Weltkrieg beteiligt hat. Weil die ja selber ein Regime hatten. Also das ist mein Lieblingsbuch. Deswegen waren meine Erwartungen nicht sehr hoch, aber ich war doch sehr positiv dann davon überrascht. Das Ganze kam 2019 raus. Das heißt, ihr habt natürlich auch einen Vorteil, wenn ihr euch dafür interessiert. Das gibt es natürlich jetzt auch gebraucht schon einigermaßen. Also der normale Preis für diesen doch richtig dicken Hardcover ist 24 Euro. Und bei mir ist 20 Euro immer so eine magische Schwelle, wo ich anfange zu überlegen, ob ich mir was kaufe oder nicht. Und wo ich dann schon sehr genau wissen will, was ich da kaufe. Bis 20 Euro sage ich, naja, okay, kann ich mal riskieren. Aber wie gesagt, dadurch, dass man das jetzt auch auf dem Gebrauchtmarkt einigermaßen kriegt, ist das alles auch sehr finanzierbar, wenn ihr das möchtet. Patrick, du hattest das auch gelesen. Wie war dein Eindruck? Also ich fand, im Prinzip war das so diese logische Entwicklung, wenn Tim und Struppi auf einmal einen Schatz gefunden haben. Und was passiert denn danach? Also im Prinzip, was passiert mit den Schätzen, die sie danach geborgen haben? Ich habe auch erst gedacht, ja, okay, was interessieren mich da, diese rechte Streits? Aber das wurde entweder so vereinfacht, dass man es verstanden hat. Oder irgendwie, ich weiß auch nicht, wieso ich dann da dran geblieben bin und wieso ich das auf einmal interessant fand. Aber es war schon sehr absurd, was da vor Gericht dann da vorgetragen wurde und wie die dann um diese Schätze gestritten haben. Und ja, die Hauptdarsteller, die waren auch sympathisch genug gezeichnet, dass man dann mit denen eben auch mitgefiebert hat und dann wollte, dass die da irgendwie schon recht gewinnen. Was du jetzt vergessen hast zu erwähnen, da gibt es auch ab und zu so ein paar kleine Seiten, da wird so dieser geschichtliche Kontext herausgearbeitet. Dann ist es eher wie so ein Bilderbuch, das dann die Geschichte dieser Black Swan illustriert. Genau, was dann auch einfach dem Ganzen nochmal eine schöne Note hinzufügt. Und ab und zu wird auch in ein paar netten Meta-Ebenen dann auch auf das Vorbild Tim und Struppi auch verwiesen. Also es ist gar kein Zufall jetzt im Cover, dass da dieser Hommage drauf ist, das ist schon gezielt ständig immer wieder Thema. Das ist ab und zu mal Thema und man bezieht sich da auch irgendwie so ein bisschen drauf. Cool. Und deswegen habe ich ja gemeint, irgendwie ist das, wenn Tim und Struppi einen Schatz finden, was würde dann damit passieren? Also was würde mit einem Schatz passieren, wenn der denn geboren wird und welche Institutionen schalten sich denn da ein? Und da sind wirklich absurd viele Institutionen dann auch mit beteiligt, die den Ganzen dann diesen Schatz streitig machen. Ja, da hätten wir bei dem Schatz Rackhams des Roten nicht mitgerechnet, dass da so eine bürokratische... Überhaupt nicht. ...bürokratische Rattenschwanz da dran hängt, ja. Und dann kommt ja auch diese Lagerung, also da wird auch immer, da wird dann auch ganz gut Bezug drauf genommen. Diese Münzen müssen ja auch dann in Salzwasser gelagert werden, damit die nicht irgendwie an Konsistenz verlieren und so. Das muss dann speziell alles irgendwie gelagert werden und sonst wo verwahrt werden. Und dann darfst du da nur mit Auslass und so rein, also da eröffnet sich dann wirklich eine üble Bürokratenwelt, würde ich sagen. Ja, und auch, dass du darüber nachdenkst, was löst so eine Schatzsuche eigentlich auch aus? Ja, also die kommen dann mit einem riesigen Staubsauger und saugen den Meeresboden ab und alles, was da so geschichtlich interessant ist, verschwindet. Aber das Metall, das kann man ziemlich gut rausziehen. Also das war auch eine neue Erkenntnis dann, dass das so gehandhabt wird. Und da scheint es doch einige Firmen zu geben, die sich genau darauf spezialisiert haben, solche Dinge zu heben. Und versuchen dann juristisch das zu begründen, dass das eigentlich ihr Schatz ist jetzt. Dass es nicht mehr dem ehemaligen Land gehört, sondern dass sie das als Finder jetzt behalten dürfen. Weil es nicht zuordnenbar ist. Ich sehe Fragezeichen über deinem Kopf. Wäre das was, was du lesen würdest? Grundsätzlich schon, wenn ihr es mir so empfehlt, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben ja noch diesen anderen Comic, den du auch vorstellen möchtest, den ich auch gelesen habe. Und beide Comics scheinen mir doch hier sehr geschichtliche Comics zu sein. Und ich persönlich finde es ganz toll, wenn einem Geschichte in Comicform präsentiert wird. Das kann gut laufen, das kann schlecht laufen. Ich musste jetzt unter anderem auch daran denken an Eiszeit von der Christina Germann, wo wir der MS Terror und dem zweiten Schiff folgen, dass er irgendwie durchs Eis marschiert und so. Und das ist schon spannend und scheinbar auch gut gemacht. Generell ist diese Treasure Hunter Geschichte, finde ich, ganz interessant. Treasure Hunter, da gibt es auch diverse YouTube Kanäle. Das sind diese Jungs und Mädels, die mit so Metallgeräten über Strände laufen und gucken, ob sie da Kronkorken, Münzen und andere Dinge finden. Ich glaube, das kann man sowohl im kleinen Rahmen auf Hobbybasis betreiben, als scheinbar auch in etwas größer und Meeresböden absuchen. Das ist eine riesen Community. Das machen jetzt scheinbar auch Unternehmen und so. Wobei ich nicht so genau weiß, ob das jetzt im Einzelfall auch finanziell für die so mega interessant ist, sich da vielleicht so eine Handvoll Münzen da aus dem Schiff da rauszuholen. Aber es gibt das, wie gesagt, im kleinen und großen Rahmen. Und sofern könnte ich mir das schon vorstellen. Ich müsste mir aber ganz ehrlich das Artwork jetzt mal genauer angucken. Denn das ist, glaube ich, ein bisschen Ölgemäldemäßig gewesen, was du mir da gerade gezeigt hast, oder? Nee, das waren nur die Geschichtspassagen. Das waren nur die Geschichtspassagen, diese Rückblicke. Ansonsten ist es, sage ich mal, wie eine neue Version von RG einfach in der Richtung. Wenn RG heute zeichnen würde, würde es vielleicht so aussehen. Ich konnte ja durch eine Signierstunde auch den Paco Rocker kennenlernen. Und das war dann tatsächlich auch mein erster Comic, den ich von ihm lesen durfte. Und ich war da recht angetan. Also wenn der mal wieder im T3 ist, werde ich wahrscheinlich auch noch weitere Sachen von ihm lesen. Also der hat mich schon neugierig gemacht auf das, was er sonst so produziert hat. Ich habe mir auf Basis der Begeisterung, habe ich mir dann tatsächlich noch einen französischen Comic von ihm gegönnt. Den habe ich allerdings noch nicht gelesen. Also ein bisschen Angst habe ich davor schon, mein Schulfranzösisch da einzusetzen bei Le Fille de Alhambra, also die Söhne der Alhambra. Schauen wir mal, wie das wird. Ich werde davon berichten. Und Andi, ich habe ja auch diesen Eisland gelesen. Also irgendwann werden wir auch darüber reden. Und dann haben wir noch mehr geschichtlichen Kontext mal bei den Comic-Cookies. Ja, die haben jetzt eine von diesen beiden Schiffen, haben die ganz aktuell nämlich gefunden. Kein Scheiß, vor wenigen Monaten ist es aufgetaucht im Eis, weil es halt gerade schmilzt, Klimawandel und so. Und ich erwarte eigentlich einen vierten Teil. Irgendwas muss da kommen. Unbedingt. Unbedingt. Andi, wie sieht es aus? Wäre das was für dich? Ich finde, es klingt auf jeden Fall spannend. Wie du es auch gesagt hast, ich müsste mal direkt reingucken auch. Also ich kann mir zwar ungefähr was vorstellen, wenn Breedstorm sagt, so ein bisschen moderne Linie Claire, moderne AG. Nichtsdestotrotz müsste ich es wahrscheinlich nochmal selber in die Hand nehmen. Ich habe jetzt von Parkourouka noch nichts gelesen. Aber ich finde es auf jeden Fall, das klingt nach einem spannenden Comic, ja. Also wenn ich den mal in die Finger kriege, dann würde ich den wahrscheinlich auch mal lesen, ja. Das sieht sehr aufgeräumt aus. Erklärt uns Laien doch mal bitte, was diese irgendwas Le Easy Claire whatever ist. Le Easy Claire ist auch schön. Linie Claire, die klare Linie. Also das ist eigentlich der Begriff geprägt von Joost Zwarte. Joost Zwarte ist ein niederländischer Designer, Grafiker, Comic, Zeichner, Comic, Autor. Und der hat das speziell eigentlich auf AG und Tim und Struppi hingemünzt. Und beschreibt den Zeichenstil von AG und dann auch weiteren seiner Epigonen oder auch Zeitgenossen, die ja eben mit einem sehr klaren Strich die Figuren gezeichnet haben. Das, was Tim und Struppi ja so ausmacht, ist, dass eigentlich sehr realistische Hintergründe gepaart sind mit sehr vereinfachten Figuren. Also relativ cartoonigen, simplen Figuren, so mit Punkten für Augen und so. Aber vor realistischen Settings und es gibt sicherlich bessere Beschreibungen als meine jetzt, weil ich jetzt auch kein Linie Claire Experte bin. Aber ja, wenn man sich Tim und Struppi vorstellen kann, so vor seinem geistigen Auge oder sich mal ein Bild anschaut, dann sieht man Linie Claire. Danke für diesen Exkurs. Ja, Patrick, machen wir mit dir weiter? Oder sollten wir jetzt noch was besprechen, was ich gerade da vergessen habe? Ich glaube nicht. Okay, dann lege ich mal los mit Batman Kreatur der Nacht. Also ich habe jetzt letztens ein paar Comics bekommen, darunter waren, äh, aus Gründen, da waren auch drei Batman Comics dabei, die habe ich alle gelesen. Und von diesen dreien fand ich dann Kreatur der Nacht noch mit am besprechenswertesten, weil der für mich einfach eine ganz andere Komponente in den Batman Mythos gebracht hat. Also, ähm, der Comic ist bei Panini erschienen, wurde von Kurt Busiek geschrieben und von Joel Paul Leon gezeichnet. Und in diesem Comic geht es um einen Jungen namens Bruce Wainwright, der liest ganz gerne Batman Comics und irgendwann schlägt bei ihm das Schicksal zu und seine Eltern werden erschossen. Und irgendwie kommt er mit dem Tod gar nicht klar und dann fängt sich auf einmal an, so eine Art Batman Monster in seiner Umgebung zu manifestieren. Und je wütender er wird, desto mehr wird auch diese Batman Kreatur dann irgendwie auch mächtiger. Und in seiner Umgebung gibt es dann auch so ein paar weitere Parallelen zu dem Batman-Universum sein. Er hat einen Butler, der heißt auch Alfred, bei ihm gibt es einen Polizeibeamten, der heißt Gordon. Und ja, solche Parallelen ziehen sich ja immer weiter durch. Also, es ist wie so eine Art abgewandeltes Batman-Universum, in die auf einmal diese Batman-Kreatur Einzug gewinnt. Ich fand das eine schöne Idee. Also, das ist tatsächlich mehr so eine Art Batman-Fantasy-Horror und nicht die klassische Batman-Geschichte, wo ich schon gedacht habe, ach nee, ich habe jetzt keinen Bock, wie Bruce Waynes Eltern schon wieder erschossen werden. Da haben sie dem einfach einen schönen neuen Kniff verschafft. Und der Zeichenstil ist halt so Horror-Crime-mäßig, der ist nicht besonders, aber er unterstreicht die trostlose Atmosphäre, die diese Story eben auch rüberbringen will. Okay, also vielleicht nochmal kurz für mich zur Zusammenfassung. Wir haben hier einen in der echten Welt angesiedelten jungen Mann, der seine Eltern auch verliert und Batman-Fan ist, richtig? Genau. Und der erlebt eine Geschichte mit vielen Parallelen. Lass mich raten, am Ende kommt raus, er ist irgendwie eine Multiversums-Version von Batman. Äh, nein. Nicht? Nein. Also, wenn ich das richtig verstehe, ist das ja ein Einzelband, der für sich steht, der jetzt, glaube ich, nicht mit der DC-Continuity irgendwas zu tun hat, deswegen auch diese Multiversums-Geschichte nicht notwendig ist, um das irgendwie da einzubinden, sondern einfach wirklich ein einzelner Band. Ich vermute mal, Kurt Busiek hatte da irgendwie eine Idee für eine Geschichte, die irgendwie mit Batman zu tun hat. Und ist das im Rahmen dieses Black Label erschienen? Nee, das ist sogar einfach nur von DC. Man hat hier in den Comics auch einen Band erwähnt, Superman Geheimidentität, den er auch geschrieben hat, der diesen Superman-Mythos auch auf eine andere Art beleuchtet hat. Das soll so quasi der geistige Vorgänger mit Superman gewesen sein. Und hier hast du das eben mit Batman nur eben als einen One-Shot-Horror-Comic ausgelegt. Du hast doch auch diesen anderen Band gelesen, diesen Dark Knight, der quasi Paul-Dinis-Geschichte ist. War es Paul-Dini? Das war Paul-Dini. Nee, Frank Millers Batman. Nein, nein, nicht der Dark Knight, nämlich mit K ohne K. Dieser, wo du quasi, das war doch, die auch in der ersten Band. Paul-Dini überfallen wird. Ganz genau, den hast du auch gelesen. So eine autobiografische Umsetzung. Ja, ach, den meinst du. Gibt's da Parallelen? Kann man das vergleichen? Ist das so dieselbe Kerbe? Es ist eine ähnliche Kerbe, nur dass Paul-Dinis natürlich ein bisschen autobiografisch ist. Aber man hat hier auch so ein paar Batman-Gestalten, die sich dann eventuell später manifestieren. Und das war ja bei Paul-Dinis-Version auch. Aber ich musste tatsächlich auch an den Band denken. Ich hab den nicht gelesen, den Paul-Dini-Band. Ich hab auch den Kreatur der Nacht nicht gelesen. Aber ich hatte auch so diese Assoziation von für sich stehender Einzelband, der irgendwie in der realen Welt spielt, aber mit Batman-Verweisen und so arbeitet. Deswegen kam mir der auch in den Sinn. Und dann auch dieses, es ist ein Batman-Comic, aber auch irgendwie nicht. Das ist ja bei diesem Paul-Dini-Band auch. Den hab ich gelesen, den fand ich auch ziemlich gut. Und da fand ich grad das Schöne, dass da Paul-Dini auch gnadenlos ehrlich zu sich ist und mit... Und sich und seine Psychosen da schon fast schon mit einem Skalpell seziert. Aber hier in diesem Comic ist es tatsächlich ein Junge, der Trauer bewältigen muss und dadurch diesen Batman-Dämonen hochbeschwört und dann mit diesen Dämonen auch irgendwie klarkommen muss. Das ist im Prinzip ein Comic über Trauerbewältigung, ein Horror-Comic. Wie würdest du es denn in Relation zu dem ersten Kick-Ass-Band sehen? Da ist ja die Idee dahinter ja auch gewesen, ursprünglich mal lange her, dass einer versucht, ein Superheld zu sein, aber dann merkt, dass es doch nicht so einfach und grad die Kämpfe doch sehr schmerzhaft sind, wenn man überhaupt unverletzt da rauskommt. Passiert sowas auch, oder? Eher weniger diese Batman-Kreatur, die sieht so Dinge aus Bruce Wayne Wrights Augen und dann macht sie den Kram auf eigene Faust. Also du siehst nicht unbedingt, wie er die Leute, die ihm in seinem Umfeld schadenfertig macht. Und er macht sich auch selber so gut wie gar nicht dann da durch die Finger schmutzig, sondern das ist so dieser Dämon, den er ihr befiehlt. Er selber wird kaum lädiert. Das sieht also wahnsinnig interessant aus, es hätte auch locker bei Vertigo erscheinen können, ne? Oh ja, es hätte auch wirklich im Black Label erscheinen können. Also das Grundthema ist schon recht düster. Ja, mich wundert es auch, dass der nicht irgendwie unter einem Sub-Label anscheinend ist, weil genau dafür ist ja dieses Black Label, soweit ich das verstehe, da. Ja, gut, Vertigo ist halt nicht mehr, aber da sind früher solche Sachen ja dann auch gern mal erschienen. Das war doch, glaube ich, auch mal diese eine Superman-Band, hieß der It's a Bird von Steven Siegel und Teddy Christiansen, wenn ich das jetzt noch richtig auf dem Schirm habe. Aber der eben auch, soweit ich habe auch den nicht gelesen, auch ein bisschen eine autobiografische Geschichte, glaube ich, verarbeitet und irgendwie auch mit Superman zusammenbringt. Und ja, früher kam sowas dann mal bei Vertigo raus. Ja, das Lustige war, diese beiden anderen Batman-Comics, die ich da bekommen habe, das waren tatsächlich zwei Black Label-Comics, dieser Joker-Harley-Psychogramm eines Verbrechens. Aber da habe ich mich dann dagegen entschieden, weil ich dachte, das ist das erste Drittel. Da kann man jetzt noch nicht so viel sagen. Da warte ich ab, bis ich die Geschichte komplett vorliegen habe. Und der andere war Batman, der letzte Kreuzzug. Und das wäre die Vorgeschichte zu Frank Millers The Dark Knight gewesen. Wo ich dann auch dachte, ja, für eine Vorgeschichte ist es nett, aber jetzt auch nicht so viel. Er macht die Geschichte um den Batman auch nicht so viel aussagekräftiger. Da geht es dann eben darum, was passiert ist, bevor Bruce Wayne dann längere Zeit in Rente gegangen ist. Ich fand, dieser Comic hat dann für mich so diesen charmantesten Input gehabt. Und ich finde es tatsächlich schade, dass er nicht unter diesem Black Label läuft. Dadurch wird er wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommen, habe ich das Gefühl. Das ist eine sehr, also man könnte schon sagen, detaillierte Koloration, Kolorierung soll man sagen. Kolorierung. Aber die Farben sind natürlich teilweise auch, das sind ein bisschen abstrakter halt, teilweise sehr minimalistisch auch koloriert. Man muss das mögen, aber es passt. Wie gesagt, es erinnert mich tatsächlich an die paar Dinge, die ich von Vertigo kenne, erinnert mich das durchaus. Oder von der Kolorierung auch an Gotham Central, da war es ja auch ähnlich trostlos. Das stimmt. Ja, John Paul Leon hat so einen Stil. Also ich musste auch an Gotham Central denken. Und ja, der hat so einen düsteren Noir-Stil. Also ich habe den Comic, den du jetzt besprochen hast, tatsächlich auch selber nicht gesehen, kann mir das aber in dem Stil von John Paul Leon gut vorstellen. Ja, es gibt ja eine Leseprobe auf Panini-Comics, die scrolle ich gerade so durch und das ist genau so. Ja. Sehr gut. Hast du noch was, Patrick? Jetzt erstmal nicht, aber ja, ich kann sagen, das ist eine Empfehlung. Es ist halt ein ungewöhnlicher Batman-Comic, aber genau deswegen finde ich das interessant, dass man aus diesem Elterntod-Thema mal wieder was rausgeholt hat. Auch wenn das jetzt zynisch klingt. Ja, wir wissen, was du sagen willst. Ja, wir haben es jetzt wirklich ein Dutzend Mal gesehen, wie seine Eltern erschossen wurden, deswegen, da ist man leider ein bisschen abgestumpft gewesen. Alles klar, dann habe ich die Ehre und ich möchte mit euch über Thor sprechen. Über die ganz niegelnagelneue Ausgabe, also quasi ihre neueste Reihe, hier steht auf Comixology, a brand new Superstar Creative Team takes the King of Asgard to New Realms of Glory. Und dieses Superteam, das ist zum einen Autor Donny Kales, aber auch Künstler Nick Klein, unserem deutschen Exportschlager, den man kennt. Und der hat, glaube ich, zuletzt Deadpool gemacht, unter anderem sehr erfolgreich und viele schöne Sachen. Auch das Cover für Ralf Sinks. Oh, ich stehe hier auf dem Schlauch. Dankeschön, Zinnober, also hat er auf jeden Fall ein Cover für gemacht und ist ja kein Unbekannter. Ich möchte mal kurz in die Runde eine Kurzumfrage reinwerfen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie krass sind eure Thor-Skills? Meine persönlichen hätte ich so bei so 4 angesetzt. Breedstorm, wie sieht das bei dir aus? In welcher Skala liegen deine Thor-Skills? Wie sehr kennst du die Figur? 7. 7? Sehr gut. Andi, bei dir? Also, wenn man davon ausgeht, wie viele Comics ich gelesen habe, dann irgendwo zwischen 0 und 1. Natürlich kenne ich die Figur trotzdem. Ich habe natürlich auch die Filme gesehen und ihn auch in irgendwelchen Comics mal mitgelesen. Aber dadurch, dass ich so wenig Marvel-Superhelden gelesen habe, also wahrscheinlich kennen die Figur wahrscheinlich schon irgendwie ganz gut. Aber tatsächlich gelesen nahezu nichts und das bisschen nichts ist irgendwie 30 Jahre her. Und Patrick, du kennst wahrscheinlich alles von ihm, oder? Nein, ich würde mich da auch höchstens bei 4 bis 5 einordnen. Ich habe ein bisschen was von ihm gelesen, lustigerweise auch einen Comic mit ihm, wo Superman einen kleinen Cameo hatte. Aber ja, ich habe so die gröbsten, wichtigsten Comics für die Marvel-Filmvorbereitung gelesen. Und das war es auch. Ja, also, da würde ich mich, also wie gesagt, bei einer 4 einstufen. Und was ich von der Figur kenne, neben den Filmen, war unter anderem ein Run, den dieser, ich glaube, Straczynski oder wie der heißt, der auch Babylon 5 gemacht hat. Davon habe ich... Krashnitschi, ja. Vielen Dank. Davon habe ich Teile gelesen. Das fand ich auch sehr gut und ansprechend, auch schön gezeichnet. Aber so insgesamt ist Marvel schon mal überhaupt nicht der Verlag, den ich folge. Da gucke ich echt mal mehr so punktuell rein. Ich habe da hinter mir im Schrank noch eine ganze Menge Dinge stehen, wie auch, keine Ahnung, ganze Black-Widow-Arcs, die gelesen werden wollen. Irgendwann mache ich das mal. Aber Thor war jetzt auch nicht so die Figur, wo ich so richtig viel Plan hatte. Die Sache mit dem Hammer, die weiß ich. Und so beginnt praktischerweise auch hier gleich diese Reihe, die ich heute mal kurz ansprechen möchte. Es gibt aktuell acht oder neun Issues bereit, also Hefte. Und die ersten sechs oder den ersten Arc habe ich gelesen. Das Ganze setzt an nach einem Event, das wohl auch ganz aktuell auf Deutsch erscheint. Ich glaube, es heißt War of Realms oder Of the Realms oder so. Und das ist vielleicht doch ein kleiner Spoiler an der Ecke für die Leute, die das Event gerade lesen. Am Ende dieses Events ist Thor der quasi König von Asgard. Er hat seinen Vater ersetzt, keine Ahnung, wo der hin ist. Der ist scheinbar weg. Und es gibt so ein paar neue Situationen. Aber im Wesentlichen ist Thor jetzt nicht nur God of Thunder, sondern eben auch King of Asgard und vieles weiteres. Und er ist mit dieser Position aber nicht so ganz so zufrieden. Das erstreckt sich übrigens auch über die kompletten sechs Ausgaben. Irgendwie ist er so halt einfach so der Typ, der gerne auf dem Schlachtfeld unterwegs ist und mit seinem Hammer schwingt. Der gegen irgendwelche, ja keine Ahnung, Feinde, Monster, Riesen, whatever zur Wehr sich setzt. Und naja, mit diesen, sag ich mal, administrativen Aufgaben ist er halt nicht so. Das ist nicht so sein Ding. Und das Ganze beginnt wunderschön. Der Hammer schwingt einmal quer durch die uns bekannten Welten, die auch dieser Yggdrasil-Baum, den es gibt, verbindet. Das sind ja 7, 8, 9, 10 Welten. Keine Ahnung, wie viele das genau sind. Und da gibt es ein ganz, ganz, das ist einfach schön. Und es wird in einer wirklich, in einer riesen Hauruck-Aktion uns mal ganz grob Thor und die Welten, der Thor lebt, vorgestellt. Das war für mich ein ganz guter Einstieg. Aber letztlich auch für die Story gar nicht weiter wichtig. Naja, auf jeden Fall sind wir dann irgendwann bei Thor. Und Thor führt ein Gespräch mit dieser, äh, auch die, 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 Yisif, Yisif, Yisif? Also mit einer Frau. Sif, Sif. Die jetzt diese, diese Regenbogenbrücke nämlich bewacht. Das ist jetzt nur der Einstieg. Ich will jetzt auch nicht so sehr in die Details eingehen. Spannend wird dann der Moment, das passiert alles noch im ersten Issue, wo plötzlich, unerwartet und ohne Vorwarnung, ein riesengroßer Riese auf die, auf Asgard ein, runterfällt. Und das ist kein geringerer als Galactus. Galactus stürzt volles Rohr mitten auf Asgard, hunderte bis tausende Tote, kein Mensch weiß, was los ist. Und Thor denkt sich, oh mein Gott, das ist ziemlich krass, ich wäre gerade von dem angegriffen, da muss ich jetzt aber was machen. Und die Kurzfassung ist, dass der Riese Galactus quasi auf der Flucht ist vom großen, schwarzen, bösen Winter. Dieser große, schwarze, böse Winter ist eine ominöse, dunkle Kraft, die uns im kompletten ersten Arc begleitet und quasi sowas wie der große Gegner ist. Und das, also das, das, das Galactus selber ist hier nicht der Bösewicht, ganz im Gegenteil. Hier mal die Kurzfassung, man sieht es auch schon auf dem ersten Cover des ersten Issues. Galactus sucht einen neuen Herold, der sucht sich ja immer so Leute, die für den Kämpfen und Planeten suchen, die er fressen kann, um deren Energie abzusaugen. Und schwuppsdiwupps verleiht er Thor seine kosmischen Kräfte und macht Thor zum neuen Herald of Galactus. Und das ist krass, weil jetzt ist der Typ einfach mal King of Thunder, sowieso schon übelst mega der krasse Kämpfer, auch mit Mjölnjörn hast du nicht gesehen. Und er hat auch noch diese ganzen Fähigkeiten, die halt so ein Herold hat. Unter anderem kennen wir ja auch den Silver Surfer, den wahrscheinlich bekanntesten Herold, der hier in diesem Comic der Black Surfer ist. Warum auch immer, das wird in einer Geschichte, auf die hier kurz verwiesen wird, wohl auch erklärt. Weiß ich nicht, ist auch egal. Fakt ist, dass der dann das Tor an Seite von Galactus durch das Weltall streift und ganz besondere Planeten aufsucht, die der Silver Surfer über Generationen und Jahrhunderte hinweg vor Galactus geheim hielt, damit sich Galactus nämlich besonders vollfressen kann mit Energie, die er braucht, um sich dem schwarzen Winter zu stellen. Diese Reise, die begleiten wir, dabei treffen wir auch verschiedenste, auch mir bekannte Figuren, wie zum Beispiel Beta Rill, Beta, Rill, Bill Ray, Ray Bill, Ray Bill, oder? Ray Bill ist es, genau der ist es. Also quasi die Pferdeversion von Thor. Und auf den treffen wir und auch viele weitere und es ist schon ziemlich geil. Es sieht fantastisch aus, was Nick Klein uns hier präsentiert und es ist ein super Aufhänger für eine wirklich tolle Geschichte und vor allem die Interaktion von Thor, der wirklich nicht aufs Maul gefallen ist, der ein größeres Ego hat, als vielleicht gut für ihn ist, wie der sich Galactus gegenüberstellt, wie der Galactus auch mal eben klar macht, wer hier eigentlich der Herr im Ring ist und wer hier von wem welche Energie absaugt und wer im Zweifel einfach mal die Klappe zu halten hat, das ist schon ziemlich geil zu lesen und wirklich sehr unterhaltsam. Das Ganze mündet dann natürlich in einem großen Finale, auf das ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, außer dass es total generisch und austauschbar ist und das ist ein bisschen schade. Es passieren halt Dinge in den letzten zwei Issues, auch das ist so wirklich so, andere nennen es ganz klassisch Comic-Quatsch, das fand ich jetzt ein bisschen enttäuschend und ohne es jetzt im Detail ein Beispiel festmachen zu können, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wäre das bei Marvel manchmal das Problem, auch bei größeren Events der letzten Jahre gewesen, dass du eine tolle Ausgangssituation hast, ein toller Setting, teilweise auch ganz viele coole Etappen auf dem Weg zum Ziel, aber das eigentliche Ziel, das enttäuscht vielleicht so ein bisschen, weil am Ende irgendwie alles dann doch so ist, wie es zu Beginn war. Das ist hier nicht ganz so der Fall, es gibt kleine, aber feine Veränderungen, die Profis bestimmt erkennen würden und weil du eben auch gerade gesagt hattest, dir ist eine Geschichte eingefallen, ein Crazy Crossover aus Superman und Thor und tatsächlich gibt es hier auch eine Anspielung auf DC, denn als uns irgendwann zu Beginn des Arcs erklärt wird, wie verdammt böse jetzt dieser schwarze Winter eigentlich ist, wird gesagt, dass dieser schwarze Winter schon diverse Planeten und Universen verschlungen hat, unter anderem auch ein Universum, in dem sich ein quasi ein grünleuchtender, ein besonders starker und ein super schnell flitzender Gott sich diesem schwarzen Winter gestellt hätten, also es wird auch in so kleinen angedeuteten Bildern gezeigt und so, also es ist eine ganz klare Referenz auf DC, er hätte quasi das DC-Universum auch schon gefressen und jetzt bleibt halt das eben als übrig. Und das ist auch mit drin, fand ich ganz lustig, auch krass, wie direkt man einfach mal hier eben so ein Diss gegenüber Richtung DC einfach so raushaut. Ein Comic, der zu Beginn ganz cool ist, wie gesagt, das Ende des Arcs enttäuscht mich ein bisschen, wer Lust hat auf Thor versus Galactus und sei es nur rhetorisch, aber auch ganz schön aufs Maul, ist schon cool, wenn man sehen will, wie der so richtig Galactus, also das musste ich mir mal vorstellen, ich kenne Galactus jetzt mehr so vom Hörensagen und auch mehr so von dem Fanta 4 vom Silversurfer und der spielt mal mindestens auf einer Ebene mit Thanos. Aber was jetzt hier der Thor mit dem Galactus anstellt, das hat den ganz schön degradiert. Und das, obwohl beide, das hat auch noch gesagt, sowohl Thor als auch Galactus haben hier in diesem Arc so ein bisschen dieses Super Saiyajin-Ding, dass sie beides immer noch so ein bisschen krasser werden, als sie in der Seite vorher waren und es ist schon krass, wie krass die sind und naja, am Ende war halt alles krass und ist wieder vorbei. Also das war ein kurzer Ausflug zu den ersten sechs Arcs der aktuellen Thor-Serie. Habt ihr da vielleicht Fragen zu? Ich kann da echt super wenig irgendwie zu so einem Thema beitragen, weil ich in der Welt wirklich nur sehr, sehr peripher ab und zu mal vorbeikomme. Ich weiß natürlich, dass Nick Klein ein toller Zeichner ist. Ich habe auch was von Donny Cates gelesen. Ich glaube, God Country ist, glaube ich, das Einzige, was ich gelesen habe, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber ja, da bin ich ein bisschen raus, was das Aktuelle gerade angeht. Breedstorm, du hast gesagt, du hattest relativ hohe Tor-Kenntnisse angesetzt vorhin. Wie stehst du jetzt da zu der aktuellen Serie mit deinem Wissen? Also ich habe sie nicht gelesen, aber thematisch nimmt es mich auf jeden Fall mit. Die Serie hat mich so ein bisschen verloren als Jane Foster, also die zeitweise Freundin von Thor, dann Thor war. Ja, so, das war irgendwie, das ist nicht mehr mein Tor, das ist nicht mehr mein Tor. Aber damit hätte es mich wieder. Also es gab es schon öfters, dass Thor den Platz von Odin eingenommen hat, einfach, weil das auch immer dieses, auch mit Ragnarök, das ist ja ein Kreislauf. Ja, also es gibt immer den Fall der Götter und danach rappeln die sich wieder hoch, bis es dann zum nächsten Ragnarök kommt. Und halt, das ist so der ewige Kreislauf und deswegen haben wir ähnliche Situationen, das Thor oder andere, der Göttervater oder wer auch immer waren, schon gehabt. Mit Galactus kommt da natürlich ein interessantes Spin rein, dass er überhaupt auf diese Sphäre kann. Es gibt ja dann die, sind es sieben oder sind es neun Welten. Auf jeden Fall, dass er überhaupt auf diese Ebene kommen kann, ist ja schon recht interessant für Galactus, weil der eigentlich ja in der irdischen Welt in Midgard angesiedelt ist, wo er die ganze Zeit war. Ja, finde ich nicht schlecht und das ist auf jeden Fall immer was, sollte es mal zu einem Sale kommen bei Comixology, wo ich mal zuschlagen werde. Die ersten drei hatte ich tatsächlich in einem Sale geholt. Ich weiß nicht, was es war. Es muss saubillig gewesen sein, sonst schlage ich mich nicht bei Serien zu, die ich einfach mal nicht kenne. Aber aktuell gibt es die ersten zwei, drei Issues für 99 Cent. Und ja, aber die neueren haben natürlich den Vollpreis. Das finde ich auch ein bisschen hoch, muss ich sagen. Aber ich wollte es einfach hier für die Comic-Cookies, habe ich mir gedacht, das Geld gibst du einfach mal aus. Und ja, es ist interessant. Es ist interessant, dass dich das dann wieder reinholen würde. Also es scheint mir, dass du den Odin-Sohn tatsächlich schmerzlich vermisst hast dann auch als Vor. Ja, ich bin halt der alte weiße Sisman, was ist es halt. Nein, aber das ist halt eine Serie, die mich tatsächlich schon länger begleitet, als ich lesen kann. Also ich weiß, dass das erste Spider oder eins der ersten Spider-Man-Hefte, die ich hatte, die habe ich mal zerlegt als Kind, weil ich noch nicht lesen konnte. Ich fand die Figuren aber so geil gezeichnet. Also habe ich die ausgeschnitten und habe die neu irgendwie aufgeklebt. Und das war auf jeden Fall eine Episode mit Thor, wo er gegen die Wrecking-Crew gekämpft hat. Und ich weiß noch genau, wie die Panels aussahen und wie das dann nachher aussah, dass ich zusammengeklebt hatte und die einzelnen Figuren, weil ich das so geil fand. So der eine, der hat eine Kette mit einer Kugel dran und der andere, der hat ein Brecheisen. Wie geil ist das denn? Also was dich halt so als, keine Ahnung, wahrscheinlich fünf- oder sechsjährigen so mitnimmt halt. Und später habe ich das dann noch weiterverfolgt. Erst mit den Sachen von Kirby halt, wo er noch sehr klassische Sachen erzählt hat. Auch Tales from Asgard, wo er einfach vieles, was die Edda so beschreibt, einfach versucht hat, in Bilder einzufangen, auf seine bestimmte Art und Weise, wie Kirby das halt nun mal zeichnet, wie er es auch bei anderen Serien immer getan hat. Dieses, ja, mächtige, galaktische, ich weiß gar nicht, wie es beschreibt, Kirby-Style halt. Und das hat mich schon sehr mitgenommen und später durch ein Metal natürlich, ist natürlich, Thor, Odin ist natürlich immer ein Thema, was einen interessiert halt. Ich habe irgendwann auch die Edda gelesen, also das Reklamheft natürlich. Und das ist schon eine interessante Götterwelt, die ich irgendwie spannend fand. Deswegen war ich da thematisch immer nah dran, mochte auch die ganzen Nebenfiguren, die wir jetzt teilweise auch schon in den Filmen gesehen haben. Loki ist mir in letzter Zeit halt immer zu gut dargestellt. Also der ist in meinem Kopf halt nicht der Schönling, sondern einfach ein sehr böser, knöcherner, älterer Typ. Aber hey, wenn es so zum größeren Publikum kommt und sich mehr dafür interessieren, warum nicht? Loki hat hier einen eher kleinen, aber sehr interessanten Auftritt. Wird so viel an der Stelle mal verraten. Der Name, der mir vorhin nicht eingefallen ist, war Lady Sith. Die passt jetzt nämlich ganz aktuell auf diese Rainbow Bridge auf. Die heißt nicht Rainbow Bridge, oder? Wie heißt die eigentlich? Doch, die Regenbogenbrücke. Doch, die heißt wirklich Regenbogenbrücke, genau. Sehr gut. Die wurde von Heimdall, glaube ich, bewacht. Heimdall, den wir im Film interessanterweise als Afrikaner gesehen haben. Sonst immer als so, ja, so einen älteren, bärtigen Wikingertypen halt so. Aber wir haben ja auch gesehen, wie der Film das auch sehr divers versucht hat darzustellen, Asgard. Und das ist halt nicht nur, wie soll ich das sagen, auf die klassischen Comics zurückgreift, die sehr auf die Wikinger-Thematik dann eingegangen sind. Ja, sehr gut. Ich glaube, zu dieser Reihe ist echt alles gesagt. Anni, wie sieht es mit dir aus? Dann sorge ich mal noch für den Manga-Anteil in der heutigen Folge. Ich habe den ersten Band gelesen von Chisakobe, Die kleine Nachbarschaft. Das ist eine vierbändige Reihe, ist also abgeschlossen in vier Bänden. Das ist erschienen bei Carlsenmanga. Der erste Band ist von 2018. In Japan ist er 2013 erschienen. Ist von Minetaro Mochizuki und basiert auf einem Roman von Shuguro Yamamoto. Der Roman ist schon von 1957. Es scheint irgendwie so ein bisschen ein Klassiker zu sein. Ich habe jetzt nicht zu viel mir angelesen über den Roman. Also da kann ich jetzt nicht großartig was zu sagen. Der Comic ist übersetzt von Cordelia Suzuki. Ich habe den mitbekommen, auch wieder irgendwie, als der halt rauskam, entweder im Comic-Laden rumstehen sehen oder irgendwo was gelesen. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ist jetzt auch schon irgendwie zwei Jahre her. Und fand den erst mal, ich glaube, ganz dumpf, glaube ich, einfach nur vom Cover her ansprechend. Und habe dann irgendwie einen Artikel drüber gelesen und das klang ganz interessant. Und dann ist mir der eben auch neulich in der Leihbücherei in die Finger gefallen. Und dachte mir, cool, ich nehme den mal mit jetzt natürlich mit den Comic-Cookies. Ist jetzt natürlich auch immer ein Ansporn da, irgendwie mal neue Sachen zu lesen, mal andere Sachen zu lesen, als das, was ich sowieso schon lese. Und habe mir da den ersten Band mitgenommen. Es geht darum, also wie gesagt, der Roman ist von 1957. Der Comic spielt aber nicht in den 50er Jahren, sondern spielt jetzt in der modernen Zeit. Und es geht darum, ein junger Mann übernimmt den Handwerksbetrieb seiner Eltern, weil die Eltern in einem Feuer sterben. Also so ein Straßenzug, wo sich diese Zimmerei befindet. Da brennen einige Häuser ab. Und die Eltern von diesem jungen Mann sterben dabei eben auch. Und er findet sich jetzt eben in der Situation, dass er eigentlich noch nicht so weit ist, aber trotzdem das Gefühl hat, auch aus Familienehre, diesen Betrieb jetzt zu übernehmen und auch eigenständig zu führen und sich nicht irgendwie auf Hilfe von anderen zu verlassen, nicht Geld von anderen anzunehmen, die da irgendwie mit einsteigen wollen, sondern zu sagen, nee, das ist jetzt meine Aufgabe. Ich bringe diesen Betrieb wieder nach vorne und baue wieder alles auf und mache das zu einem erfolgreichen Betrieb gleichzeitig. Als das passiert, dieser Brand, ist er nicht zu Hause, sondern er ist auf Baustelle in einer anderen Stadt. Und als er zurückkommt, stellt sich raus, dass in dem, in diesem Elternhaus, in dem er dann auch wohnt, auch ein paar Waisenkinder des abgebrannten Waisenhauses jetzt halt auch wohnen, betreut von einer jungen Dame, die er von früher auch kennt. Also die bilden dann quasi mehr oder weniger irgendwie so eine WG. Er ist da erst auch so ein bisschen, er ist jetzt nicht so der große Menschenfreund. Also er findet es erstmal keine so tolle Idee, dass jetzt plötzlich lauter kleine Kinder in seinem Haus mit rumrennen, aber man arrangiert sich dann da so. Und es ist ein sehr, ja, leicht melancholischer Comic, aber auch ein sehr menschlicher Comic. Es geht eben um die Beziehung zwischen diesen Figuren. Es geht darum, wie dieser junge Mann mit der Situation umgeht, wie so das Ehrgefühl in der japanischen Familie damit auch mitverhandelt wird, wie andere Leute versuchen, ihm zu helfen bzw. in sein Business einzusteigen, wie er sich dann mit dem Bankier beschäftigt und dessen Tochter er auch kennt, die dann auch wieder irgendwie bei ihm im Haus mit behilflich ist bei den Geschäften. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nur den ersten Band gelesen bisher natürlich, aber wie gesagt, in vier Bänden abgeschlossen. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Also hier bin ich auch eigentlich erpicht darauf, die anderen Bände mir dann zu holen, auch mal zu lesen. Und ich fand den vor allem auch wieder grafisch sehr toll. Also das ist wieder so ein Manga, der, glaube ich, dem europäischen Auge ein bisschen mehr entgegenkommt, als das, was viele als erstes so in den Kopf kriegen, wenn man von Manga spricht. Also schon eher ein bisschen europäisch klassisch gezeichnet. Was ich besonders gerne mochte, war, dass er häufig so stille Momente erzählt. Das heißt, es gibt so diverse Panels, die auch ohne Sprechblasen präsentiert werden. Und der Blick ist nicht immer auf den Figuren. Also er arbeitet sehr viel mit so wie so Insert Shots, wo also nicht die Figuren gezeigt werden, sondern wo nur Details gezeigt werden. Zum Beispiel so eine Bento-Box auf dem Tisch. Oder auch häufig nur so die Hände von Figuren. Also wo Reaktionen einer Figur quasi an den Händen abgelesen werden können. Es gibt zum Beispiel so eine Situation, wo ein Gespräch zwischen mehreren Leuten stattfindet. Und die eine Dame, die da mit dabei ist, ist offensichtlich nicht ganz so zufrieden damit, wie dieses Gespräch verläuft. Aber das kriegt man eigentlich nur mit über die Reaktion, wie quasi ihre Hände im Schoß liegen oder sich Fäuste ballen oder sowas. Und das macht der Comic sehr, sehr, sehr viel. Dass der eben mit so Einzelpanels arbeitet, die von den Figuren weggehen und uns ein bisschen eine Atmosphäre liefern. Oder eben eine Stimmung, eine Reaktion, die nicht offensichtlich ist und all solche Sachen. Und das finde ich besonders spannend. Also wenn das Erzählen vom Wort weggeht, gerade in einem Medium wie Comic. Das gilt natürlich auch für Film. Wenn das Erzählen vom Wort weggeht und ins Bild geht. Also gerade bei visuellen Medien ist das der Punkt, wo es wirklich spannend wird und wo es sich dann eben auch von der Literatur, also von der Romanliteratur, von der Prosa auch abhebt und die eigenen Mittel nach vorne stellt. Und ich finde, das ist in diesem Manga sehr, sehr gut gelungen. Also bin ich wirklich, ich bin jetzt auch, habe ich glaube ich auch schon erwähnt, nicht der Hammer-Manga-Experte. Ich lese immer mal wieder einen Manga. Es interessieren mich immer mal wieder welche. Aber ich bin jetzt auch nicht super duper drin in allem. Aber Chisagobe, die kleine Nachbarschaft, ist auf jeden Fall einer, den ich empfehlen würde, der mir sehr gut gefallen hat und den ich auch Leuten empfehlen würde, die vielleicht auch nicht ständig bei Manga vorbeikommen oder auch, es gibt ja immer wieder auch Comic-Leser, die Berührungsängste irgendwie haben, wenn es mal um japanischen Comic geht. Was ich nicht immer ganz nachvollziehen kann, aber vielleicht liegt es teilweise auch wirklich entweder an der etwas anderen Optik oder an dem Vorurteil, was so Thematik im Manga auch angeht. Jiro Taniguchi ist jetzt so einer, der immer wieder rausgekramt wird, der eben auch einen etwas europäischeren Stil hat und etwas Erwachsene und Ernsthafte oder auch autobiografische Themen verhandelt, den man immer so dem europäischen Lesepublikum gut unterschieben kann. Ich habe das auch als Vergleich irgendwo gelesen zu Chisagobe. Ich kenne mich jetzt auch mit Jiro Taniguchi nicht gut genug aus, um zu sagen, ja, also wenn du Taniguchi gefällt, gefällt er dir auch. Diesen Satz möchte ich jetzt sowieso nicht sagen, weil mir der Vergleich fehlt. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein Comic, dem man eben auch Comic-Lesern von westlichen Comics gut mal in die Hand drücken kann, die jetzt irgendwie auch mal eine amerikanische Indie-Graphic-Novel oder irgendetwas lesen würden. Habt ihr von dem schon mal irgendwie was mitbekommen, von dem Comic? Schon mal gesehen, schon mal reingebettet, schon mal gelesen? Patrick, wie schaut es so bei dir aus? Leider nicht, aber ich verstehe dich da komplett. Ich fand früher diese Diskussionen albern. Ich lese keine Comics, ich lese nur Mangas, wo ich dann auch gedacht habe, das sind einfach nur Comics in leicht anderer Form. Aber das, was du zu diesem Manga erzählt hast, das fand ich schon mal interessant. Hätten wir so eine gute Bücherei? Ich würde da wahrscheinlich auch reinlesen. Ja, da bin ich mittlerweile tatsächlich auch fast, also gerade, wir haben ja so in privater Runde schon ab und zu mal darüber gesprochen, wie das bei uns jeweils so ist mit der Leihbücherei und der Comic-Auswahl. Und ich habe jetzt keinen Vergleich, wie es jetzt in Berlin oder in Hamburg oder irgend so ist, wie da Städte ausgestattet sind. Aber ich sehe also jetzt im Vergleich mit euch, dass Nürnberg es offensichtlich recht gut ausgestattet ist. Ich habe jetzt neulich auch gesehen, es gibt auch keine riesigen, aber trotzdem ein paar auch Fremdsprachenregale. Also das ist auch Comics in Originalausgaben. Und ja, auf jeden Fall, Englisch war auf jeden Fall dabei, Französisch, ich glaube sogar Italienisch oder so. Also es waren diverse Sprachen da. Also ja, also ich finde da auf jeden Fall noch diverse Sachen, die ich im Podcast vorstellen kann. Also da gehen mir die Comics erstmal nicht aus. Andi, bist du bei dem schon mal vorbeigekommen? Gisakobé? Wenn ich kurz noch auf die Bibliothekengeschichte kurz noch eingehen darf, weil das, glaube ich, ein ganz spannendes Thema ist. Ich habe nämlich aktuell ja vor, eine große Ausgabe im Telestandisch zu machen mit genau dem Thema und habe da die wirklich, würde ich schätzen, größten Comic-Bibliotheken, die wir in Deutschland haben, alle angeschrieben. Es gibt ja unter anderem in Berlin auch die Renate, eine reine Comic-Bibliothek. Die haben nichts anderes als Comics. Die haben aber auch mega viel zu tun und ich kenne nicht deren aktuelle Situation. Aber da bin ich dran. Und dann gibt es ganz spannende, also ich glaube wirklich, dass Nürnberg echt eine Riesenauswahl hat im Vergleich. Mir wurde beispielsweise auch Frankfurt empfohlen. Dann habe ich die angeschrieben und dann sagen die mir, ach na, so viel haben sie eigentlich gar nicht. Es ist ganz interessant, wie da die Auswirkung ist. Und es gibt aber auch so Bibliotheken wie zum Beispiel in Bochum. Da habe ich jemanden kennengelernt, der, ich glaube, der Leiter sogar der Stadtbibliothek Bochum. Und der ist da voll hinterher. Der hat eigene Veranstaltungsreihen dazu und so. Und da sind wirklich die Bibliotheken ganz unterschiedlich gepolt, was sie jetzt in ihr Portfolio mit aufnehmen und was eben nicht. Und bin da, wie gesagt, gerade auch unter anderem noch an Leipzig bin ich dran, an Erlangen bin ich dran und München natürlich auch, Köln alle angeschrieben und teilweise auch gute Resonanz gekriegt. Aber das ist zum Teil auch so. Ich darf jetzt nicht sagen, welche, aber dass die gar nicht rausrücken damit, wie jetzt zum Beispiel deren Ausleihzahlen sind. Die wollen nicht, dass man das halt so ins Verhältnis setzen kann und sie nur an den einen Ausleihzahlen eben festmacht, sondern zum Beispiel eben auch bei der quasi Beurteilung, wie erfolgreich Comics in Bibliotheken laufen, auch sowas berücksichtigt wird, wie zum Beispiel die Teilnahme an Lesungen, die ja auch in Bibliotheken stattfinden und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist ein relativ komplexes Thema und ich bin gespannt, was da vielleicht auch an Feedback noch von den Bibliotheken kommt und was wir da noch rausarbeiten können. Das dazu. Und ja, also nein, ich habe das, ich kenne das nicht. Ich bin, was Manga angeht, jetzt einfach unbefleckt. Ich lese relativ wenig, muss aber sagen, dass ich mir natürlich auch hier gerade parallel zu deinen Ausführungen mal die Leseprobe angeschaut habe. Das Ganze kommt ja beim Carlsen Verlag raus und also ich würde den, glaube ich, komplett anders aussprechen als du. Wie hast du den Autoren ausgesprochen? Den Autoren Minetaro Mochizuki. Okay, dann habe ich da irgendwas nicht richtig gerafft. Also ich habe noch den Romanautor genannt, der hieß Shoguro Yamamoto. Also vielleicht hast du da im Kopf irgendwie Dinge durcheinander gebracht. Und nur aus der Leseprobe muss ich sagen, es ist fantastisch. Also es ist genauso, wie du sagst. Du hast eben nicht diese riesengroßen Kulleraugen. Es ist einfach deutlich natürlicher alles. Es ist sehr detailverliebt. Es ist genau diese Geschichte auch mit dem Fokus auf zum Beispiel Hände. Das ist mir in der Leseprobe allein zweimal aufgefallen. Das kommt klar raus. Dieser stillen Moment, den du angesprochen hast, wir sehen am Ende der Leseprobe einfach zwei Personen, die sich gegenüberstehen. Und dieses Bild sagt vielleicht mehr als tausend Worte. Und das ist wirklich, ist schon genauso, wie du sagst. Per se ist es interessant. Es kommt auf die lange Liste an Dingen, die ich noch lesen sollte. Ja. Breastorm Manga, wissen wir, ist nicht so ganz sein Feld, oder? Ja, Taniguchi hast du ja erwähnt. Da habe ich sehr viel von gelesen. Aber auch aus genau demselben Grund. Weil er halt nicht so das typische Klischee erfüllt. Meistens, also die Mangas, die mich im Deutschen erreicht haben, haben mich thematisch meistens nicht so wirklich angegangen. Aber Taniguchi hat es dann doch irgendwie geschafft. Ist ja leider nicht alles, was in Japan kommt, kam auch nach Deutschland. Sondern immer nur da, wo die Einschläge waren, wo es sich gut verkauft hat. Und es hat sich halt meistens bei jungen Damen sehr gut verkauft. Und auch mit den Themen, die jungen Damen irgendwie gefallen haben. Und das war halt nie so meins. Und du weißt, unser Jahrgang, wir sind so grob an der großen Mangawelle vorbeigeschlittert. Also es war noch kein Ding, als wir jung waren. Und ich versuche das gerne mal aufzuholen. Es gibt immer mal wieder Serien, die ich gut finde. I Am A Hero zum Beispiel ist was, was mir sehr gut gefallen hat. Aber ja, also so ganz mein Genre ist es halt nie gewesen. Ich finde es immer sehr spannend. Dadurch, dass ich mit meinem amerikanischen Freund David, der Comicletterer ist und auch Comicleser ist und auch Manga-Fan ist, mit dem stehe ich da auch immer im Austausch. Und das ist immer ganz interessant, das zu vergleichen, was für Manga in Deutschland erscheinen und was für Manga in Amerika erscheinen. Natürlich gibt es da eine große Schnittmenge. Aber wir stolpern auch relativ häufig über Bücher, wo wir dann eben feststellen, okay, der ist im jeweiligen anderen Land eventuell nicht erschienen. Was für mich nicht das große Problem ist, ich kann die englische Ausgabe lesen. Für ihn wiederum ist das ein Problem, er kann die deutsche nicht lesen. Also ihm ist es tatsächlich schon mal passiert, dass er sich einen Comic bestellt hat und dann kam die deutsche Ausgabe an, weil er das irgendwie halt auf Ebay nicht richtig gesehen hat. Und es gab keine englische Ausgabe. Und mit Chisakube war das eben auch wieder so, dass ich ihm den empfehlen wollte. Und dann haben wir festgestellt, okay, in Amerika ist der bisher einfach auch gar nicht erschienen. Was heißt Chisakube? Was ist das? Ich habe es nicht nachgeschaut, ich habe keine Ahnung. Also es ist keine Figur oder ein Ort aus dem Manga? Nee. Wie gesagt, also im Untertitel trägt er die kleine Nachbarschaft. Vielleicht hat es damit was zu tun. Ich habe es nicht nachgeschaut, ich habe es nicht recherchiert. Ich finde es ja immer geil, 14,90 Euro für 216 Seiten. Ja, okay, ist alles nur schwarz-weiß, aber das ist schon ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, und was mich von manchen Manga-Sachen auch so abhält, sind so lange Serien. Also wenn ich dann schon sehe, es gibt 20 Bände, dann habe ich schon nicht so große Lust. Das wird mir meistens zu viel. Aber sowas eben, wo ich weiß, okay, in vier Bänden ist das abgeschlossen. Das ist so eine Leselänge, die für mich gut funktioniert. Und da freue ich mich schon auf die nächsten Bände. Wenn ich mal ein paar andere Themen hier abgearbeitet habe, dann wenn ich mal wieder in die Bücherei komme, dann würde ich mir die nächsten Bände dann auf jeden Fall auch mal mitholen. Ich finde das übrigens gut, dass du sagst, du hast das jetzt quasi auch mal extra mal gemacht, mal was Neues lesen, was du sonst vielleicht nicht so unbedingt. Ich finde das super. Ich versuche auch immer ein bisschen so breit zu streuen bei zwei oder drei Comics, die wir vorstellen. Aber dafür ist so ein Podcast eigentlich ganz gut, ne? Mal selbst so den eigenen Horizont erweitern. Geht mir total so. Also zum Beispiel Eerie International nutze ich auch immer gerne mal, um Bücher zu lesen. Wir besprechen da ja hauptsächlich Filme, aber immer wieder auch ein Buch. Und wenn ich dann weiß, ich habe eine Deadline, wann ich das Buch zu besprechen habe, dann schaffe ich es auch, das bis dahin zu lesen, weil ich leider ein sehr langsamer Leser bin und deswegen oft nicht richtig vorankomme. Und genau jetzt mit dem Podcast ist es halt auch immer so. Ich weiß, einmal im Monat werden Comics besprochen und ich möchte jetzt nicht immer einfach nur das Gleiche besprechen oder drei Comics irgendwie aus der ähnlichen Richtung zwingend besprechen, bloß weil das halt mich jetzt, weil das die Sachen sind, die ich mir kaufe. Da ist das mit der Bücherei natürlich auch sehr, sehr, sehr schön. Da kann ich super einfach mal Sachen ausleihen, wo ich sagen würde, interessiert mich. Aber interessiert es mich gerade genug, dass ich jetzt wirklich das Geld dafür ausgebe, wo ich doch eh schon so viele Sachen gekauft zu Hause liegen habe, die ich auch noch zu lesen habe. Aber dann aus der Bücherei kann ich dann eben sagen, ja cool, nehme ich mir den ersten Band einfach mal mit, weil es mich irgendwie schon mal interessiert hat und kann es lesen und habe natürlich auch einen Grund, das auch rechtzeitig dann zu lesen, weil ich es für den Podcast dann besprechen kann und da eben ein bisschen eine Mischung auch machen kann. Wenn wir heute drei Comics besprochen hätten, hätte ich noch den dritten Comic besprochen, die er aus der Bücherei mitgenommen hat. Das wäre dann ein amerikanischer Independent Comic gewesen. Also es wäre ein europäischer Comic, ein japanischer Comic und ein amerikanischer Comic gewesen. Schöne Mischung, ja. Sehr gut. Yo, Britsom, ich glaube, jetzt ist dein Moment gekommen. Ja, das passt ja, wo wir beim Thema Manga waren, weil das gute They Called As Enemy, eine Kindheit im Internierungslager, ist nämlich von Harmony Becker gezeichnet worden, die auf jeden Fall auch sehr viele Manga-Einflüsse hat in ihren Zeichnungen. Worum geht es bei They Called As Enemy? Also George Takei oder Takei, Takai, je nachdem, wie man es gerne aussprechen möchte, ist ein recht bekannter amerikanischer Schauspieler. Er hat nämlich den Zulu in der klassischen Star Trek-Serie gespielt. Und in diesem Buch beschreibt er seine Kindheit, denn er ist in den USA groß geworden, als quasi erste Generation, die nicht eingewandert ist. Also seine Eltern sind eingewandert und er ist dann aber schon in den USA zur Welt gekommen und somit auch automatisch amerikanischer Staatsbürger geworden, was seine Eltern nicht beide waren. Und das ist, wie gesagt, in den 30ern passiert und in den 40ern ist der Zweite Weltkrieg passiert. Durch den Angriff auf Pearl Harbor haben die Amerikaner dann doch beschlossen, es wäre vielleicht ganz gut, doch in den Zweiten Weltkrieg einzusteigen. Und es war eine ziemliche Panik in den USA, was dazu geführt hat, dass man alle japanischstämmigen Leute in dem Land festgenommen hat und die interniert hat. Also man hat die in Lager gesperrt und er war eins dieser Kinder, das mit seinen Eltern dann in so ein Internierungslager gesperrt wurde. Also es ist jetzt kein Vernichtungslager, wie das hierzulande gemacht wurde, sondern man hat einfach die sämtlichen Leute, die japanisch ausgesehen haben und noch nicht lange im Land waren, einfach mal genommen und hat die zusammengefercht, an entlegene Orte gebracht und die mussten dann in den Baracken sehen, wie sie klarkommen halt. Klar, man hat die versorgt, aber sie waren bewacht und man hatte ganz klar die Angst und Sorge, dass auf der Basis, dass die einfach japanische Abstammung haben, dass die für das japanische Kaiserreich, in dem Fall spionieren konnten. Und ich glaube, wenn es nicht gerade George Takei wäre, der ja sowas wie eine nationale Berühmtheit ist durch seine Rolle als Sulu, dann hätte man dem auch wenig Aufmerksamkeit geschenkt, diesen Thema. Weil es ist schon sehr oft so, ich meine, wir merken das auch, wir sind auch sehr durch amerikanische Geschichten beeinflusst, ob es Comics sind, ob es Filme sind. Und die amerikanische Weltsicht ist halt nun mal eine sehr, sehr patriotische Weltsicht, ganz klar. Und die stark davon geprägt ist, was sie in Kriegen Gutes geleistet haben, wie zum Beispiel Nazis fertig machen. Das ist ganz klar. Dieser Teil der Geschichte wurde lange ausgesperrt und auch darum geht es in dem Buch. Weil es ja eigentlich schon keine okaye Aktion ist, wenn du einfach einen gewissen Bevölkerungsteil sagst, ich nehme euch alle mal vorsichtshalber in Haft, weil ihr könntet eventuell Spione sein. Das war zum Beispiel, natürlich gab es auch deutsche Einwanderer in den USA, natürlich gab es auch da Spione davon, aber natürlich konnten die nicht so gut aussortiert werden in den USA, weil die erstens optisch halt ein europäisches Aussehen hatten. Also die Amerikaner sagten ja Caucasian dazu. Also die konntest du nicht auf Basis der Optik aussortieren. Und viele hatten ja auch irgendwann den Namen, also veramerikanisch im Prinzip, haben sich quasi die deutschen Namen so ein bisschen umgebastelt. Das sieht man ja heute noch teilweise. Und ja, es muss eine schreckliche Kindheit dann halt wirklich gewesen sein, wenn ihr dein Haus weggenommen wird, dem Vater der Job und alles, die sich da tatsächlich gut eingerichtet hatten und angesehen waren eigentlich in ihrer Gemeinschaft da in den USA. Und dann plötzlich wird denen der Boden unter den Füßen weggerissen. Und es zeigt auch lange den Kampf dafür, dass das auch anerkannt wird. Das ist, glaube ich, noch nicht lange her, dass es wirklich als, ja, Kriegsverbrechen ist das falsche Wort, oder aber als Unrecht deklariert wurde. Ja, das ist ganz klar. Und das unterscheidet es halt auch von vielen, von vielen amerikanischen Kriegsgeschichten, weil dort immer sehr eindeutig die amerikanisch, dieser Hurra-Patriotismus gezeigt wird. Aber der George Takei, der geht zum Beispiel auch auf Themen ein, die vielleicht nicht ganz so angenehm sind, wie zum Beispiel, was empfinden denn die Leute, wenn sie mitbekommen, dass Hiroshima oder Nagasaki bombardiert wurden mit Atombomben? Also da sind bei diesen Bombardierungen, ich habe es gerade noch mal nachgelesen, sind hunderttausend Leute einfach mal gestorben. Und das waren sicherlich zum Beispiel auch nicht alles Soldaten, sondern es war einfach eine Maßnahme, den Feind zu demoralisieren. Also du löscht einfach mal eine Stadt aus. Und das ist natürlich was, was du sehr selten in amerikanischen Filmen so gut thematisiert. Also natürlich würde es das auch geben, aber eigentlich hast du eher andere Geschichten, die dann erzählt werden. Ja, dann erzähle ich lieber noch das hundertste Mal was von der Adennen-Offensive oder von dem Sturm auf die Normandie oder sowas. Ja, also das, und das verarbeitet er hier drin komplett anders und spricht das auch ganz klar an. Also er ist jetzt nicht gegen die USA oder sowas, aber er sagt, Leute, das, was da passiert ist, was er mit uns gemacht hat, das ist komplettes Unrecht und das möchte ich, dass das anerkannt wird. Und er hat sich dafür auch sehr engagiert. Er hat da so eine Vereinigung, wo er das Thema auch nach vorne gebracht hat. Und diese ganze Story wird erzählt. Ich würde sagen so, ja, also vier Fünftel drehen sich schon um diese Internierung. Und was ich erst vermutet hatte, das ist das Thema Star Trek, was natürlich auch viele Leute anzieht, stärker betont wird. Das ist dann wirklich nur zum Fünftel der Fall. Er berichtet zum Beispiel, wie er dann mit Gene Roddenberry, also der Star Trek im Prinzip erfunden hat, redet und wie der seine Rolle beschrieben hat. Und dass das was ganz Großartiges für ihn war, dass er nicht begreifen konnte, weil sie ihn lange Zeit ja wirklich als Feind im Land da gesehen haben oder seine Familie. Er war ja noch sehr klein halt. Auch Unrecht, was mit seiner Mutter passiert ist, weil die zum Beispiel die Staatsbürgerschaft nicht hatte. Und man hat die Leute dazu gezwungen, Angaben zu machen, ob sie jetzt Verräter sind oder nicht. Also das haben die Amis ja heutzutage immer noch drauf, wenn du versuchst, in das Land einzureisen. Ich war dreimal in den USA. Jedes Mal musste ausfüllen. Hatten sie irgendwas übrigens mit Nazis im Zweiten Weltkrieg zu tun? Und also ich sage jetzt mal, so alt sind wir jetzt nun auch noch nicht, dass wir damals was zu tun haben. Also dümmliche Fragebögen ausfüllen, das machen sie auch sehr gerne. Haben sie vor, Drogen zu handeln in diesem Land? Und also ich weiß halt nicht, wie viele Leute der Jahr ankreuzen. Und jedenfalls ist das nicht nur für Star Trek Fans, sondern einfach für Leute, die sehr an Geschichte interessiert sind und auch gerade an Geschichte, die nicht Hollywood-esk verbreitet wird. Ist das ein wirklich sehr gelungener Band, auch zum moderaten Preis dafür, dass für so dickes 25 Euro erschienen, bei CrossCult. Ich glaube, ich bin durch auch drei Frauen in Comics von der Ariane, hat den, glaube ich, vorgestellt vor längerer Zeit schon mal, bin ich darauf aufmerksam geworden. Aber ich habe gedacht, also das kann man auf jeden Fall auch gerne mal öfters besprechen. Zeichenstilmäßig ist die Harmony Becker, die das Ganze umgesetzt hat, tatsächlich doch sehr am Manga verhaftet. Sie variiert auch so ein bisschen in Passagen, wo hauptsächlich Kinder auftreten. Da ist es dann schon sehr deutlich Manga-Stil. Und je ernster die Situation wird, umso teilweise realistischer, habe ich den Eindruck, wird es dann auch. Klar, ich meine, sie zeichnen auch manchmal Personen der Zeitgeschichte, also den jeweiligen Präsidenten, mit dem sie zum Beispiel sprechen oder so. Da müssen die schon einigermaßen näher dran sein. Man will das ja auch erkennen. Aber es passt halt trotzdem dazu. Da würde jetzt kein Superhelden-Zeichenstil oder Franco-Belgisch dazu passen. Das haben sie schon sehr gut umgesetzt, gerade auch die Szenen in den Lagern. Das ist schon sehr detailliert und wirklich alles aus den Erinnerungen von Takei raus. Und ja, nicht nur für Star Trek-Fans. Das ist einfach auch eine super Primärquelle. Ich habe das auch lesen können, weil ich das hier also als digital vorliegen hatte. An dieser Stelle liebe Grüße an Philipp Kolek von unter anderem auch Reprodukt und eben auch von CrossCult und so. Und das ist hier ein super guter Comic. Ich kann denen allen zustimmen. Jetzt, wo du es sagst, ist mir auch aufgefallen, dass es wirklich ein bisschen cartooniger wird, wenn diese Kinder-Szenen sind. Das ist mir so gar nicht aufgefallen, aber du hast völlig recht. Es ist eine super schöne Primärquelle einfach, weil er als Kind natürlich das alles erlebt hat. Er beschreibt ja auch super, wie seine Eltern diesen, naja, nicht nur tristen, sondern irgendwie ja auch letztlich ja unangenehmen Alltag in diesen Lagern für ihn immer in irgendeiner Form haben, positiv darstellen wollen. Also wie die Weihnachten gefeiert haben oder wenn die stundenlang quer durchs Land in irgendwelchen Zügen fahren mussten und nicht wissen, wo es hingeht, wie die halt einfach die Eltern nach bestem Wissen und Gewissen die Kinder quasi in ein Abenteuer entführt haben und so, damit die halt von diesen Schrecken, die das Ganze natürlich eigentlich auch hat, vielleicht nicht so viel mitnehmen. Und natürlich kann man die nicht vor allem beschützen, aber so insgesamt war das schon super beeindruckend. An vielen, vielen Einzelbeispielen, die er vermutlich eben auch alle selbst erlebt hat, das ist ja wohl seine Geschichte mit seinen Geschwistern, mit denen er natürlich da immer auch zusammen dann da unterwegs war, wo die gelebt haben und was für Personen die treffen. Ein wirklich sehr interessantes, ja letztlich einfach auch Werk als Primärquelle letztlich. Und da strebt er gerade am Ende hin auch zu, er ist einfach, Takei, glaube ich will er ausgesprochen werden, irgendwo wird auch formuliert, wie es im Comic selbst steht drin, wie er ausgesprochen werden will. Der hat ja ganz viele, also der hat ein sehr politisch sehr interessierter Mann, das ist, kann man ihm auf Facebook folgen, dann sieht man das auch, der macht viel auf Facebook, teilt viele interessante Beiträge, ist kein Fan von Trump und hat am Ende auch ganz, ganz viele Beispiele eingefügt für andere Formen von Diskriminierung. Also natürlich gibt es hier Szenen mit Martin Luther King, ganz am Ende wird natürlich eben auch parallel gezogen zur mexikanischen Grenze, die jetzt aktuell besteht und wie da dann Leute in Lager gefärscht werden und so. Und diese Parallelen, die ergeben sich dem Leser oder den Lesenden beim Lesen des Comics schon auch selbst, aber am Ende wird nochmal recht deutlich gemacht, dass selbst heute diese Form von Ungerechtigkeit noch lange nicht aus der Welt ist. So ist es. Genau. Noch mehr Star Trek Fans hier oder? Ich habe das Ding auch gelesen und ich bin auch ganz gut in der Materie Star Trek drin. Ich kann euch in den Sachen, die ihr beschrieben habt, schon zustimmen. Also ich fand das schön, dass das Ganze so ein bisschen abgemildert wurde durch diese Kindheitserinnerungen, wenn die auf einmal Besuch vom Nikolaus kriegen. Und dann meinte George Takei auf einmal, ja, ich wusste, dass es nicht der Nikolaus war. Ich weiß ja, dass der Nikolaus kein Japaner ist, sondern Amerikaner. Deswegen, er hat dann vermutet, da ist sein Vater drunter und so. Also das waren dann immer so diese schönen Sachen, die dann dieses ganze Tragische sowohl für den Leser als auch für George Takei so ein bisschen abgemildert haben. Deswegen ist es dann auch in diesen kindlicheren Stil immer wieder gewechselt. Und diese Star Trek-Komponente, die wurde ja wirklich nur am Schluss dann so eingesetzt. Aber da fand ich es gut eingesetzt, dass er nach all diesen Strapazen dann irgendwie so seine Art Happy End gefunden hat. Also ich fand das dann wirklich auch befriedigend, als sich dann für ihn so diese, dieser Erfolg im Mainstream auch bereit gemacht hat. Und er steht ja wirklich zum Großteil für diese Diversität, die auch Star Trek immer irgendwie repräsentiert. Er war da mit eines der ersten Flaggschiffe, weil er eben die erste Generation war. Und er ist auch noch homosexuell und so. Also er präsentiert wirklich all das, was Star Trek uns seit Jahrzehnten quasi predigt, da sehr gut. Und er steht da auch privat wirklich sehr gut dafür ein. Also er ist da wirklich so ein großes Flaggschiff für Star Trek, auch heute noch Jahrzehnte später. Ja, man kann schon auch Fan von dem Mann selbst sein, das stimmt auf jeden Fall. Und er schlägt sich ja auch bei diversen Nerdshows, also durchärzt sich bei Big Bang Theory, bei Entourage und so, da hat er dann eben auch mal den Solo wieder raushängen lassen. Also es ist nicht nur für George Takei-Fans, ich würde auch sagen, man kann das auch gut als Schullektüre benutzen, wenn man dann dieses Thema Internierungslager behandelt. Weil da wird ja auch genug drauf eingegangen, dass man da zumindest so ein grobes Bild von hätte. Ja, definitiv. Ich würde sagen, jetzt bist du dran. Oh. Oh, was ein Zufall. Ja, okay. Ich habe mir jetzt vor kurzem The Walking Dead Compendium 4 durchgelesen. Das sind so die Bände 25 bis 32. Also so die letzten Bände einer Ära. Die Reihe ist vor 17 Jahren gestartet. Und da hatte Robert Kirkman noch die Idee, er macht den längsten Zombie-Comic aller Zeiten. Er wollte da eigentlich früher noch kein Ende für haben. Er wollte das möglichst weitererzählen, weil er gedacht hat, wenn es bei Dawn of the Dead oder bei Day of the Dead aufhört, das Interessante, das passiert ja dann quasi erst im Abspann, wenn die anfangen, da Länder zu besiedeln oder von Zombies zu reinigen oder auch anfangen, dann auf einmal Kolonien da zu gründen und dann sich wieder von der Steinzeit so ein bisschen mehr in die Kultur, also nicht Mainstream, sondern in einen funktionierenden, handelnden Markt zu entwickeln und so. und am Schluss war man schon so weit, dass man wieder Kolonien gebildet hat, dass da Märkte gemacht wurden, dass dann auch, wie kann man es sagen, Handelsabkommen und so gegründet wurden, dass man wieder eine halbwegs funktionierende Gesellschaft hat, da war man am Schluss auch schon und so ein paar militärische Einheiten hatten sich da auch gebildet. Ich fand das Besondere an dieser Reihe war, dass Robert Kirkman sich hier selber seinen Schlusspunkt auswählen konnte. Er hat ja auch drei, vier Cover vorweg produzieren lassen, also vorschauend zu Comics gemacht, die er gar nicht mal mehr dann rausgebracht hat, einfach damit der Leser davon schockiert ist, dass es dann auf einmal endet. Und er führt auch in seinen letzten beiden Bänden auf eine völlig falsche Fährte. Man denkt es, da wird eine neue Handlung angerissen, da stoßen sie wieder auf eine neue Kolonie. Die hat eine Art Wertesystem eingeführt, also wenn du früher Anwältin warst, dann wirst du jetzt in dieser neuen Gesellschaft Anwalt oder wenn du Polizist warst, dann wirst du auch als Polizist angegliedert. Und je nachdem, wie hoch dein Job war, desto höher bist du dann auch in der Gesellschaft angesehen und angesiedelt. Und dann kommt es umso schockierender, als dann auf einmal ein Schlusspunkt dann auf einmal kommt, der dann für die amerikanischen Leser zumindest relativ plötzlich kommt. Wir als Deutsche haben dann natürlich aber so einen gewissen Wissensvorsprung. Wir haben dutzend Mal mitgeteilt bekommen, Robert Kirkman hat sich auf einmal seine Serie eingestellt. Für uns Deutsche kam das jetzt nicht ganz so schockierend, weil man versteht, wieso die Amis dann so ein bisschen entsetzt waren. Das ist ja echt nicht irgendeine Serie. The Walking Dead, das ist ja nun wirklich so ein bisschen, also das Ding hat dafür gesorgt, dass er quasi Skybound gründen konnte, soweit ich weiß, dass er mit Verleger bei Image geworden ist. Das ist ja eine Serie, da gibt es inzwischen wirklich diversen TV-Ableger. Ich selbst habe hier übrigens die Bände 19 bis 22, nee 18 bis 22 noch ungelesen stehen und das so ein bisschen, ich will seit Monaten eigentlich, will ich da wieder weitermachen. Aber ich weiß genau, dass ich schon am Ende der letzten Bände, also so mittendrin bist du manchmal echt ein bisschen gelangweilt gewesen und ganz am Ende, da kommt nochmal so ein richtig geiler Cliffhanger und na gut, dann liest du halt nochmal den einen Comic, der jetzt unbedingt noch fehlt und so. Das war so ein bisschen mein Gesamteindruck der Bände, denn so zeitweise gab es dann auch die Momente, wo es sich gefühlt inhaltlich sehr viel wiederholt hat. Wie würdest du, nachdem du jetzt alles gelesen hast, so ein bisschen so die, sag ich mal, das Pacing, die Spannung, wie würdest du die Serie da so einschätzen, auch im Verlauf der Serie? Die haben immer wieder mal ihre Hänger, aber dann gab es dann immer wieder diese schockierenden Momente, die sie eingestreut haben, entweder um den Leser aufzuwecken oder weil eben nicht alles so eitel Sonnenschein ist. Aber mir ging es da ähnlich und ich hab mich dann gewundert, okay, wieso lese ich das jetzt weiter? Und dann gab es in der nächsten Ausgabe auf einmal wieder so irgendeinen schockierenden Moment und dann dachte ich, okay, ja, krass. Deswegen bin ich da dran geblieben. Ähm, die Serie ist ja vor 17 Jahren gestartet, also die Comicserie. Also die ist jetzt halb so alt wie ich, hat mich also dadurch mein halbes Leben begleitet. Ich hab das nicht nur aus Pflichtbewusstsein verfolgt, sondern auch, weil es gewisse Charaktere war, mit denen ich dann auch mitgefiebert hab und spätestens mit Negan hatten sie halt einen richtig gekonnten Antagonisten, der im Verlauf der Comics eine sehr schöne Entwicklung durchmacht. Und ich denke, Negan hat nicht nur mich, sondern auch viele Leser dann weiter bei der Stange gehalten. Die TV-Serie, die hat mich irgendwann verloren, weil sie das Ganze noch mehr ausgewalzt hat. Ich sag spätestens ab der zweiten Staffel, wo sie dann angefangen haben, die Episodenzahl zu verdoppeln, da haben die wirklich einiges an Füller-Episoden auch eingebaut und dadurch haben sie sich am Ende selber irgendwie damit zum Bein gestellt, weil dadurch haben die deutlich spürbarer als in den Comics. Deutlich mehr Leerlauf und deutlich mehr Folgen, wo du dich fragst, ja, was wollt ihr mir jetzt eigentlich erzählen? Und da, durch diese mehreren Episoden stellt sich da auch dieses Wiederholungsgefühl deutlich mehr ein. Also bei der Serie, da war für mich deutlich schneller die Luft raus als bei den Comics. Die Comics, da hab ich dann irgendwann die Compendion alle paar Jahre gelesen und dann hat sich das für mich auch nicht mehr so langgezogen angefühlt wie in der Serie. Das ist interessant, also scheinen die Compendion die vielleicht beste Option zu sein, wenn man die Comics lesen möchte. Genau, wenn du da wirklich jahrelang dazwischen wartest, dann hast du wirklich so das Gefühl, es tritt auf der Stelle. Weil wenn du das möglichst back-to-back liest, dann kommt dir das gar nicht mal mehr so lang gezogen vor. Und du kannst dich auch an einige Momente erinnern, wo die schon wirklich drastisch waren. Das hat für mich dann so HBO-Serien vorweggenommen, also Game of Thrones oder so, wo sie mit der Red Wedding kamen. Sowas hatte ich schon davon Dutzend Mal bei Walking Dead erlebt, wo dann die Figuren wirklich drastische Schicksalsschläge erleben müssen, wo man eben durch eine Horde Beißer die halbe Familie von einer Person ausgelöscht wird oder durch irgendeinen wahnsinnigen Anführer, der dann mal am Rad dreht. Das ist ja auch so diese große Message, die diese Comics auch mitgeben, dass die größte, Bessie, das sind nicht die Zombies, sondern das sind dann tatsächlich die Menschen, die dann alles irgendwie unter Kontrolle haben wollen. Und da findet man dann auch im letzten Band so seine Parallelen. Bist du eigentlich zufrieden mit dem Ende? Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, also ich denke, also Robert Kirkman spricht am Ende auch so ein bisschen zum Leser über seine Figuren und er sagt, Leute, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende mit seinen Kräften und da habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass er über diese Figur dann sagt, hier, irgendwie bin ich da jetzt so langsam durch mit dem Thema. Er hat ja da tatsächlich auch Pläne gemacht, also hätte er das weiterführen können, hätte er die 200. Ausgabe knacken können, aber dann hätte er nochmal einen neuen Kompendium schreiben müssen und also nochmal so locker 40, 5, nee, 37 Bände mehr, dass er dann erhefte, dass er dann ein fünftes Kompendium vollkriegt und da hatte er einfach nicht mehr die Geduld. Ich fand das Ende okay, also ich war damit zufrieden, es hätte schlimmer sein können, aber ja, so 100% zufrieden war ich dann doch nicht, weil es eben doch einige offene Fragen am Schluss dann doch gibt. Ich habe gehört, dass es durchaus so sein könnte, dass wir jetzt quasi Spin-Offs bekommen von der Serie. Es gibt ja verschiedene Figuren, ich kenne tatsächlich das allerletzte Issue sogar wieder, das habe ich gelesen, also zumindest grob gelesen und weiß, welche Figur da im Zentrum steht, dass wir von der Figur noch was sehen können, dass wir generell einfach von verschiedenen Figuren, ähnlich wie letztlich auch die Spin-Offs der Serie, dass das, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles totliegen lassen, dafür war es zu erfolgreich. Nee, die werden das bestimmt noch mal aufgreifen, also Robert Kirkman hat ja dann dieses Jahr wegen der Corona-Krise dann noch das Comic-Heft Negan Lebt geschrieben, einfach weil er damit unterstützen wollte, dass die Leute wieder in Comic-Shops gehen, hat er da noch eine Ausgabe geschrieben, um die Leute da wieder in den Comic-Shop zu führen und das heißt ja auch theoretisch könnte man unter anderem mit Negan oder mit anderen Figuren, die ja tatsächlich noch leben, was machen und es gibt, man könnte theoretisch auch diesen Zeitsprung, der ja am Schluss gemacht wird, mit Stories füllen, wenn er denn da Bock gehabt hätte, dann könnte er auch Karl Story noch erzählen, wie es dann soweit kam, bis er zu diesem Mann wurde, den man dann im Epilog sieht und haben sich ja jetzt auch schon ein paar Comic-Künstler angekündigt, die dann ein paar Spin-Offs geschrieben haben und sich da auch in dieser Walking-Dead-Welt austoben. Ich bin mir auch sicher, vielleicht hat Robert Kirkman nach ein paar Jahren dann doch wieder Lust und will dann doch wieder zurück in sein Universum und sich da ein bisschen austoben, aber jetzt braucht er wahrscheinlich einfach erstmal eine Ruhepause. Es gibt schon Spin-Offs? Riecht verstanden? Ich glaube bei der Panini-Vorschau eins angekündigt zu sehen, äh, ein angekündigtes Spin-Off gesehen zu haben, ich weiß noch nicht mehr, wie es hieß, aber ich glaube, einer der Zeichner von V wie Vendetta wird das zeichnen, also der lässt da tatsächlich andere Autoren ran. Nicht, dass es bloß so ein Walking-Dead-Kochbuch war, wie es auch ständig irgendwas zu kaufen gibt. Nein, nein, da werden tatsächlich so ein paar Spin-Offs kommen, habe ich das Gefühl, vielleicht auch, um die Leute wieder in die Comic-Shops zu ziehen, dass sich da vielleicht noch ein paar andere bereit erklärt haben. Ich weiß nicht genau, was sie da geplant haben, weil ich denke, das wird nicht das Letzte gewesen sein. Ja, ich denke, spätestens, wenn die Serie wirklich fertig gedreht ist und wenn es ein ähnliches Ende gibt, wollen die Leute ja doch vielleicht weiteren Stoff haben, also spätestens dann wäre eine gute Phase, um das rauszubringen. Dann wäre auch genug Luft, dass die Leute auch wieder Lust haben nach diesem langen Ritt, der es ja nun wirklich war. Die Serie hatte ganz eindeutig viele Längen und die Kuh werden sie weitermelken, das ist ganz klar. Du hast es ja auch gelesen, was sagst du denn zum Ende beziehungsweise auch zu den letzten Ausgaben? Ja, da muss ich fast am Anfang anfangen, bei der ersten Ausgabe, die hatte ich mir eigentlich hauptsächlich wegen Tony Moore gekauft, weil ich den als Zeichner sehr schätze, Battle Pope mochte ich sehr damals, Brit hatte ich gelesen, was er ja auch zusammen mit Kirkman gemacht hat und eigentlich war es Tony Moore, weswegen ich angefangen hatte mit The Walking Dead, da waren die in Deutschland glaube ich bei Ausgabe zwei oder drei und trotz dass Adler auf den ersten Blick von Tony Moore natürlich ein Rückschritt war für mich, bin ich dann, weil die Figuren mir sehr gefallen haben, dabei geblieben. Aber mir geht es dann tatsächlich so wie Andy auch, dass ich so in den Zwanzigern irgendwann die Lust verloren hatte. Du sagst, Negan war bei dir eine positive Entwicklung, das war bei mir eher nicht, weil ich dachte ja, es ist derselbe wie der Governor, bloß jetzt, er hat einen Baseballschläger mit und ich fand das Gimmick, also Baseballschläger mit Stacheldraht fand ich jetzt auch nicht so spannend, also im ersten Moment. Die Figur, gebe ich dir vollkommen recht, die hat eine Charakterentwicklung durchgemacht, spätestens durch den, durch das Spin-Off, was da noch kam, wo erklärt wird, wer ist er, wo kommt er her und warum verhält er sich vielleicht so. In der Serie wird das schon so ein bisschen aufgegriffen, als er eine Zeit lang allein unterwegs ist, das war schon okay und das Finale fand ich auch in Ordnung. Ich kann aber trotzdem nicht so genau nachvollziehen, wie die eigentliche Hauptfigur zu niegen steht im Laufe der Story. Also sie versuchen das schon zu erklären, aber wir erinnern uns, was, was, was du als Red Wedding Moment bezeichnet hast, das ist ja, ja, wie soll mir das sagen, die Einführung von Negan, also wo er, wo er wirklich dann auftritt und mal einen Punkt macht und ich, ich glaube nicht, dass das Rick ihm das so einfach verziehen hätte. Also wirklich keiner. Das, also das, ich, ja, er arbeitet später mit ihm zusammen, weil er sagt, er braucht ihn irgendwie, aber diese Situation, die hätte der Rick in den verschiedenen psychischen Phasen, in denen er war, von vollkommen klar bis zu Wahnsinn, in keiner dieser Phasen hätte ihm das verziehen, niemals. Und für die Geschichte und weil die Figur halt so mega gut ankam, wahrscheinlich auch so ein bisschen durch die Serie, wo er sehr gut dargestellt wurde, haben sie ihn trotzdem drin gelassen. Also normalerweise der Rick, der hätte da, also der hat schon mit ganz anderen Leuten kurz einen Prozess gemacht, die ihn nur nur geringfügig gefährdet hätten und der da, der ist ja eine laufende Bombe gewesen eigentlich der Liegen in der Serie. Aber wie gesagt, wenn man das weiter melken will, darf er nicht sterben, das ist ganz klar. Vor allem in diesem Band, also in dem Companion 4, da macht er ja mit einer anderen Person, die auch weniger macht, deutlich schneller kurzen Prozess und mit der ist er eigentlich halbwegs befreundet. Also der hat ihm deutlich weniger angetan, da macht er diesen Punkt eigentlich auch klar. Ja, also der Rick hat auch wie gesagt eine ganz düstere Charakterentwicklung, die sich das in den ersten Bänden nicht so abzeichnet, weil man dann denkt, ja du bist schon der Held dieser Serie halt und du hast ja vorhin schon erklärt, das ist er nicht. Er spielt auch mit, aber so richtigen Helden gibt es ja auch nicht. Das ist ganz klar. Also spätestens auch als Karl die zwei Jungs umbringt, in der Serie waren es glaube ich Mädels, diese Zwillinge, da war eigentlich schon klar, dass das jetzt in eine ganz andere Richtung geht. Also er hat da schon einige düstere Sachen reingebracht, was zu dem Zeitpunkt, jedenfalls für mich hatte ich das noch nicht oft gesehen, so in dieser Intensität. Ich verstehe auch das mit Charlie Adlert, also Tony Moore ist halt nochmal ein anderes Level, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Charlie Adlert bei einer Signierstunde gesehen habe und der mich dann als Zombie gezeichnet hat und dann halt gefragt hat, ob er das eventuell in den Comics wieder benutzen darf. Also ich hatte nicht so ein großes Problem mit Charlie Adlert, auch wenn ich manchmal die Charaktere nicht so ganz auseinander halten konnte, manche waren sich ähnlich gezeigt, da hat man Rick nur daran unterschieden, dass da eine Hand gefehlt hat, aber ohne Charlie Adlert hätte das wahrscheinlich nicht so in dieser Frequenz erscheinen können, Tony Moore ist ja wirklich einer, der sich immer wieder mal verspätet mit der Erscheinungsweise und das hätten sie dann nicht lange tragen können, denke ich. Ich weiß nicht, ob es von Anfang an so geplant war, dass er mit seinem Namen die Serie auch mitverkauft hat, in dem ersten Band, dass er als Appetizer quasi drin war, aber wie gesagt, Adlert hat ja nachher auch deutlich aufgeholt, so im Vergleich zu dem, was er am Anfang abgeliefert hat, also er ist auch ganz klar mit für den Erfolg verantwortlich. Und wenn du es so nimmst, dann hat Tony Moore nur so diese erste Charge an Figuren mitdefiniert, da kamen ja später noch einige mehr dazu, er hat dann wirklich so diese letzten 16, 17 Jahre mitgeprägt, während Tony Moore nur das erste mitentwickelt hat. Wie fandst du die Auflösung mit den Flüsterern? Die Flüsterer, die fand ich ganz interessant, auch wenn ich da wie du der Meinung bin, irgendwann konnten sie sich halt an Bösewichte nicht mehr toppen, aber die Idee an sich fand ich interessant und Alpha fand ich auch interessant, und gerade dadurch, dass dann Karl mit der Tochter von Alpha was angefangen hat, sind da die Grenzen ja noch mehr verschwommen, also da war es dann noch weniger gut gegen Böse, da war es dann wirklich eine komplette Grauzone, die dann da aufgemacht wurde. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Botschaft, dass jeder versucht, auf seine Art zu überleben, der eine versucht mit diktatorischer Unterdrückung, was eine Zeitlang funktioniert, die anderen haben es auch mit Demokratie mehr oder weniger versucht und die Flüsterer die waren eher, wie soll ich das sagen, im kreativen Bereich tätig, wenn ich das mal so sagen darf, aber letztendlich versuchen alle nur zu überleben und wie gesagt auch später zeigen sie auch oft das Zusammentreffen, das erste Aufeinandertreffen von Ricks Gruppe mit anderen Gruppen und dass die aus Sicht von den anderen Gruppen auch nicht so freundlich aussehen im ersten Moment, sie sind ja auch sehr diktatorisch in dem wie sie vorgehen und alles nur auf Sicherheit gemünzt und so auf keinen Fall nur auf meinem Vertrauen. Ich bin mir auch sicher, hätte man diesen Comic aus Sicht von Negan zum Beispiel gestartet und dann hätte man dann auf einmal Rick in einer seiner psychotischen Phasen gezeigt, dann hätte man ihn vielleicht auch gut als Antagonisten etablieren können, also das ist wirklich nur eine Sichtweise, weil wie man später herausfindet hat Negan auch so seine Gründe wieso er so handelt wie er ist und dass auch er so sein traumatisches Schicksal hat und deswegen dann ziemlich einen Schlag weg hat. Ja es waren immer sehr gute Punkte von der Serie wenn die Leute quasi dargestellt wurden wie sie vor der Katastrophe waren das hat man ja nicht nur bei Negan gesehen das hat man auch bei einer gewissen jungen Dame die immer mit dem Schwert durch die Gegend rennt gesehen als sie da gezeigt haben wo die eigentlich herkommt auch Thema Familie oder so wird ja auch noch im letzten Band drauf eingegangen von ihr und also da finde ich ist für mich die Serie so am stärksten wo sich auflöst warum sich Leute in der Situation so verhalten wie sie sich verhalten und ich fand dann auch zum Beispiel diesen Aspekt ganz interessant als sie in Alexandria eintreffen und dann werden auf einmal Rick und Co so dargestellt als wenn Invasoren in dem Dorf also dass sie da mal den Spiegel vorgezeigt haben und das da mal so umgedreht haben das fand ich auch einen ganz cool interessanten Ansatz dass das einfach so diese Invasoren sind die sich mal wieder ein Dorf aneignen das Spiegel Vorhalten ist ja auch ein klares Merkmal von der Serie das einfach zeigt manche Leute finden es auch nicht so schlimm wenn sie unterdrückt werden wenn sie einfach nur sicher sind also das ist ja auch ein Lebensmodell ich entscheide halt gar nicht selber aber dafür bin ich in Sicherheit dass auch diese Möglichkeit gibt jede Gesellschaftsform die da dargestellt wird ob das jetzt dieses Königreich ist zum Beispiel oder dieses Haus auf den Hills oder so ähnlich ist ja im Prinzip eine andere Staatsform auch die Interaktion da war auch sehr spannend Ich fand auch zum Beispiel einen interessanten Punkt dass dann auch zum Beispiel Leute wie Eugene dann existieren können dass die sich da irgendwie unterordnen und rumwuseln also Eugene war nie wirklich großartig böse oder gut er hat sich am Anfang so ein bisschen durchgemogelt in denen er Sachen angegeben hat die einfach nicht zugetroffen sind aber irgendwann hat er dann selber so seinen Punkt gefunden wo er ein wichtiger Teil der Gruppe wurde und dann zum Beispiel Munition herstellen konnte und so ein bisschen an der Technik rumgefriemelt hat und den Leuten so ein bisschen früheren Lebensstandard wieder zurückgeben konnte auch seine Entwicklung fand ich schön gemacht und dass auch er so ein bisschen so sein Happy End hatte das fand ich schön gemacht dass er da wirklich relativ ohne psychische Traumata davon gekommen ist aber auch er brauchte Negan das ja nicht ohne Negan gegangen wohl war und Negan war im Prinzip auch eine weitere kranke Vater für du Freund Karl wenn du es so willst also ich möchte eine Serie mit sehr viel Interpretationsspielraum Andi hast du noch ein paar Worte zu The Walking Dead hast du die Serie teilweise gelesen oder gar komplett ich habe nichts davon gelesen ich habe die erste Staffel der Serie damals angeschaut als die neue war das neue war das waren ja nur sechs folgen das war nicht für mich und dann habe ich nie Wörter gemacht das ist interessant warum war es nicht für dich weil du bist ja eigentlich schon so horror themen mäßig verankert ich fand die Serie einfach nicht spannend also diese ersten sechs folgen die ich damals gesehen habe ich weiß ja die wurden die wurden zwar eigentlich ganz spannend die wurden überall sehr gut besprochen und jeder hat die letzte Folge gehasst und die letzte Folge war die einzige die mir ein bisschen gefallen hat aber es hat mir dann einfach nicht genug gefallen um weiterzumachen und nachdem dann auch relativ klar war dass das alles eben wieder auf recht also es ist nicht endlos aber sehr lang da kommt wieder das gleiche Spiel was ich vorhin über Manga gesagt habe wenn es schon 20 Bände gibt dann bin ich eher abgeschreckt und das war hier dann eben auch der Fall also klar ich mag Horrorzeug deswegen war ich schon am Anfang auch mal irgendwie interessiert vielleicht lese ich das irgendwann mal aber nachdem das dann immer weiter ging und immer weiter ging und immer weiter ging äh es ist dann so mein mein Einstiegs Zeitpunkt glaube ich auch irgendwann einfach verstrichen gewesen Apropos nochmal letzte Folge erste Staffel da wird ja quasi ein Ansatz gebracht warum eventuell diese Zombie Apokalypse überhaupt ausgebrochen ist Patrick Breedstorm wird das im Comic auch thematisiert wie es überhaupt zu Zombie Apokalypse kam oder muss man das als gegeben hinnehmen Ihr müsst nicht verraten Da wird gar nicht drauf angekommen Okay alles klar Ja ist vielleicht auch besser so ne gibt Dinge da ist es vielleicht besser keine Antworten zu haben Für die Serie ist es vollkommen egal Ja ähm Das wurde dann halt dadurch dass es da nicht groß Interpretationsraum in den Comics gab haben sie irgendwann diese Serie 4 The Walking Dead Gebracht wo sie dann die Zombie solche am Anfang vom Anfang angezeigt haben aber ich fand die Serie so spannend dass ich die nach einer Folge abgebrochen hab und du kennst mich ich guck sonst Serien runter wie sonst was die hat mich so gar nicht gekickt Also da war ich überhaupt nicht begeistert von Ja ging mir ganz genauso also 4 The Walking Dead hab ich glaube ich zwei Folgen gesehen und dann hab ich gesagt wer sind diese Leute und warum sollte ich das jetzt weiter gucken Also ich hatte nicht denselben Zug wie die andere Serie Überhaupt nicht ich bin dankbar für diese 17 Jahre die wir da bekommen haben aber Ich sehe das auch kritisch mit diesen ganzen weiteren Serien die dafür angekündigt wurden Und ich weiß auch tatsächlich nicht ob ich da eine der Serien schauen werde falls ich dafür nicht zufällig eine Besprechung mache Also da bin ich sehr zwiegespalten Das Einzige was ich da mal positiv rauswerfen würde also jetzt ist ja jetzt aktuell ich hab jetzt den Namen vergessen aber diese Diese Serie angekündigt wo es um um Jugendliche geht innerhalb der Walking Dead Welt und soweit ich das verstanden habe ist die auf zwei Staffeln begrenzt von vornherein also das Das ist schon mal was positiv anzumerken das Das ist mir so eine Event Serie aber es gibt ja in letzter Zeit häufig diese Event Serien die eben eine Staffel sind und die ist anscheinend irgendwie auf zwei Staffeln angesetzt wobei die auch glaube ich auch kürzer also glaube ich so zehn folgen Staffeln sind aber komplett in dem Thema bin ich nicht drin Ja spannend das ist eine große Welt in die man eintauchen kann wenn man möchte und ich vermute mal das Fazit auch schön ist hinsichtlich der Compendien die du ja heute gerade vorgestellt hast das vierte dass das tatsächlich eine gute Möglichkeit ist um die Serie so in einem Rutsch weg zu Snacken weiß ich nicht aber zumindest zu genießen und vielleicht ist es wirklich die beste Option wenn man da einsteigen möchte Das ist auch das beliebteste Format und ich wäre sonst auch bei Band 22 oder so ausgestiegen aber dadurch dass ich dann einmal ein Jahr oder alle paar Jahre diesen Klotz vor mir hatte ist mir das eben leichter gefallen und dann dachte ich okay ja so lässt sich das eben besser konsumieren Prima Ja mit 200 Euro seid ihr dabei Geschenkt Ja aber 32 mal 16 Euro das ist jetzt deutlich teurer Mittlerweile haben sie dafür ja auch so Taschenbuchausgaben von den regulären Heften gemacht also Wenn ihr darauf Bock habt könnt ihr auch das machen aber ich denke mit 200 Euro ist man dann am besten bedient tatsächlich Es soll ja jetzt glaube ich auch eine kolorierte Version kommen also das wäre dann was was ich jetzt nicht unbedingt bräuchte und gerade bei der Serie habe ich es halt auch überhaupt gar nicht vermisst Also vor allem dieses schwarz-weiß das hatte ja damals einen Sinn das war in Anlehnung an George A. Romeros ersten Zombiefilm der war auch schwarz-weiß Und er hätte es fast nach diesen Zombiefilm benannt aber dann hat in sein Kumpel geraten benennen ist doch irgendwie anders dann ist es auch dein Ding Was dann wahrscheinlich die bessere Wahl war Night of the Dead war er war dieser erste George A. Romero Film Oder Night of the Living Dead ich komme da durcheinander Living Dead ja Night of the Living Dead Ja das eine ist halt wo die Zombies bei der Post angreifen und was totaler Slapstick ist Das Return of the Living Dead was du meinst Ja stimmt es war auch der erste Zombiefilm wo dann die Zombies Gehirn gesagt haben Sehr gut Dann möchte ich noch die Gelegenheit nutzen den letzten Comic für unsere Runde heute hier vorzustellen Es ist die Rede ich möchte sprechen von Ausnahmezustand von James Sturm Sturm wahrscheinlich Wird doch so ausgesprochen Andi oder? Ja Und ich glaube du kanntest den vorher schon ne? Wer ist das denn? Kannst du dem auf die Schnelle was sagen? Ganz unvorbereitet? Äh ja auch hier ich weiß wieder ein bisschen was hab aber eigentlich nichts von ihm gelesen Amerikanischer Cartoonist aus der Indie-Ecke Ähm der hat auch in Georgia an der Hochschule gearbeitet als Lehrer also als Comic Instructor Ähm hat das Center for Cartoon Studies mitgegründet Und ich hab den damals irgendwie mitbekommen ich glaube als ähm ähm Markttag rauskam Ähm das war so ein Comic der ein bisschen Welle gemacht hat so in der amerikanischen Indie-Ecke Ähm aber ich glaube der hat nicht so viel gemacht aber immer wenn der was rausbringt ähm kriegt das ein bisschen Aufmerksamkeit Wobei jetzt den Comic den du jetzt dabei hattest als du den neulich in die Gruppe geschrieben hattest Ähm hatte ich den zum Beispiel noch gar nicht mitbekommen Ähm klang mal auf jeden Fall sehr spannend ähm schießt du mal los War es auch tatsächlich das ist einer von mehreren Comics die jetzt eben im aktuellen Programm von Reprodukt mit dabei sind Und auch um das der Vollständigkeit halber noch zu erwähnen 216 Seiten Hardcover 24 Euro Und das ist so ein bisschen episodenhaft erzählt was haben wir hier eigentlich was lesen wir hier eigentlich Also vielleicht schon mal vorweg geschickt das ist ein Comic der vielleicht nicht für jeden unbedingt geeignet ist Und dem einen oder anderen auch belanglos erscheinen mag Aber in meiner persönlichen Lebenssituation ich bin Vater von demnächst zwei Kindern Und da war ich einfach genauso in dem Moment wo ich mir dachte hey also das hat genau gerade so gepasst Und das ist jetzt hier so dass wir dabei zusehen wie unser Protagonist Marc eine Trennung durchlebt Er ist glaube ich noch nicht geschieden aber er ist auch Vater von zwei Kids Wir schreiben das Jahr 2016 und eigentlich reden alle gerade über die aktuellen Präsidentschaftswahlen Das war damals Clinton versus Trump Und eigentlich ist das wie immer so eine Randerscheinung und so Aber letztlich erleben wir halt den Marc dabei wie er diese Trennung durchlebt und verschiedene Alltagssituationen mitmacht Die sich mal darin widerspiegeln dass er eben dann schon es gibt schon so getrennte Abende An dem einen Abend sind die Kids bei ihm am anderen Abend eben bei ihr Und wie er dann teilweise eben auch völlig überfordert ist mit zwei kleinen Kindern Die wollen was essen die wollen was anderes essen die wollen was anderes anziehen die wollen nicht schlafen und so Also wirklich Alltagssituationen wie sie vielleicht viele da draußen auch kennen werden Das erleben wir hier dann keine Ahnung wie ist die Situation mal hier auf eine Party zu gehen Wo du plötzlich auf Leute triffst auf die du sonst zu zweit getroffen bist Die Freundin von deiner Ex-Frau oder wie auch immer in dem Fall noch nicht ganz Ex-Frau Wen rufst du an wenn du plötzlich durch den Schnee stürmen musst und dein Auto ist liegen geblieben Und viele viele weitere Sachen das sind jetzt einfach so alltägliche Situationen Was machst du als Vater wenn du keine Ahnung diese fahren zum Beispiel auf eine Die haben ein Event vor er hat vor mit seinen Kindern einen tollen Ausflug zu machen Die wollen auf so eine ich glaube die nennen das hier Museumsfarm fahren wo man eben Tiere anschauen kann Und dann sind sie da alle finden es strunz langweilig und was machst du dann um den Tag trotzdem noch schön zu machen Weil du dann schon irgendwie auch so das Bedürfnis hast mit deinen Kindern einen schönen Tag zu haben Und dann irgendwie doch die Entertainment Bombe zünden möchtest Und dann fahren sie halt ins Kino gehen und nach Pizza essen damit der Tag nicht total im Eimer ist Und ganz viele solche Situationen werden hier aneinander gereiht Da hat er natürlich noch andere Themen die den Markt belasten Also es ist eben nicht nur natürlich diese Scheidung und die Belastung mit den Kindern Auch im Job läuft es nicht ideal Er wird von seinem Chef quasi veräppelt Er selbst ist Handwerker Er macht den Innenausbau von Häusern Und da hat sein Chef eben einfach Schulden bei ihm Und er zahlt das Geld nicht Und naja irgendwann ist der Moment gekommen wo er halt die Cola auch braucht Das ist ein weiteres Problem Es gibt Probleme mit den Eltern Mehr so gesundheitlicher Natur Und viele viele weitere Dinge die hier eine Rolle spielen Das ist erstmal nur sag ich mal Ich glaube man kann da ganz cool Slice of Life zu sagen Weil es eben jetzt dieser Teil seines Lebens ist Wo eben diese Trennung und diese Scheidung im Raum steht Als großes quasi Damoklesschwert Immer wieder so ein bisschen eingestreut Auch diese Präsidentschaftswahl Wobei das eher zweitrangig ist Und vielleicht noch ganz wichtig Habe ich an der Stelle noch gar nicht erwähnt Das Ganze wird in Form von anthropomorphen Tieren gezeigt Marc selbst ist Hund Ein Hund oder zumindest so ein menschenähnlicher Hund Und eigentlich sind auch alle anderen Figuren seiner Familie Hunde Sein Chef ist ein Hund Alle so ein bisschen anders aufgezeichnet und so Aber das ist natürlich ein interessanter Weg Eine gewisse Distanz zwischen dem Lesenden und der Figur zu schaffen Und vielleicht dann ja auch vielleicht etwas anders über diese Wenn man so will Handlungen nachzudenken Das ist mir erst nicht aufgefallen Aber nachdem der Comic jetzt auch zwei Tage Oder einen Tag glaube ich Also jedenfalls gesetzt ist ein bisschen Wird das noch sehr viel deutlicher Dass es mir das ermöglicht hat als Lesendem Das sehr viel allgemeiner Vielleicht mein ich sag mal auf einer Meta-Ebene Alles zu reflektieren und wahrzunehmen Wirklich sehr interessant Kein großer Comic Kein Comic der jetzt im Detail lange hängen bleiben wird Aber einer der sehr interessante Facetten aufzeigt Oder zumindest vielleicht Ich weiß nicht ob es eigene Erfahrungen waren des Autoren Das weiß ich nicht Aber einfach das Thema Trennung toll darstellt Wer zum Beispiel auch den Netflix Film Marriage Story mochte Dem kann ich diesen Comic uneingeschränkt empfehlen Das geht in exakt dieselbe Richtung Außer dass die Kinder vielleicht eine etwas größere Rolle spielen Das Ganze ist Ja es ist cartoonig gezeichnet Aber es gibt diverse Hintergründe Es sind aufeinander aufbauende Szenen Es ist schon ein richtiger Comic Also nicht einfach nur einzelne Bilder Die dann da für sich stehen Sondern eben Ja auch wirklich mal Detailaufnahmen Von wie sieht es eigentlich unter dem Sofakissen aus Wie kommen da die ganzen KitKat Verpackungen her Und viele weitere Dinge Die da eben eine Rolle spielen Also ein Comic Ja ein guter Comic Für jeden Der vielleicht was mit diesen Thematiken anfangen kann Und der zum Beispiel auch The Marriage Story mochte Das ist jetzt so der Der Comic von Der heutigen Folge Von den Comics die nicht ich besprochen habe Der am meisten in meine Richtung geht wahrscheinlich Also ich hab kurz ein bisschen Online geguckt Als du den neulich in die Gruppe geschrieben hast Und mochte da auch den Den Stil Gerade der anthropomorphen Figuren Sofort Das ist auch was, was ich von James Durm vorher noch nicht so gesehen habe Also ich glaube Seine bisherigen Comics waren dann immer doch mit Mit menschlichen Figuren Und wie du es gerade auch schon so ein bisschen Vermutet hast Denke ich auch Die Vermutung liegt auf jeden Fall schon mal nahe Dass da viel Autobiografie drinstecken könnte Also so diese Art von Comic Schreit meistens danach Und dann liegt auch so ein bisschen nahe Dass um das ein bisschen zu maskieren Quasi auch die Entscheidung Anthropomorphe Figuren dafür herzunehmen Möglicherweise eine Rolle gespielt hat Also ich weiß das alles nicht Aber das wäre auf jeden Fall auch so Mein erster Gedanke gewesen Ist das was Autobiografisches Und es klingt auf jeden Fall so Also es würde irgendwie Sinn machen Und ja Also sowas spricht mich total an Also das ist eben auch was Was ich über die Jahre sehr viel gelesen habe Gerade so amerikanischer Indie-Comic Ist ein relativ großes Feld bei mir gewesen Über sehr sehr lange Zeit Und ja also da Wenn mir der mal in die Finger kommt Der würde ich auf jeden Fall mal reinschauen Den würde ich gerne mal lesen Das könnte sehr gut sein Breedstorm wäre das was Wo du Interesse dran haben könntest Bleibt es denn friedlich In diesem Comic Dann die ganze Zeit Oder Bleibt es denn friedlich Also insgesamt bleibt es sehr friedlich Hier ist nichts Blutiges Oder Action Oder Krasses oder so Es gibt natürlich mal einen Streit Und mal einen Ausraster Weil letztlich Ist das alles sehr friedlich Wenn er irgendwann bösartig wird Dann könnte es so werden Wie in dem schönen Film Falling Down Hier mit Michael Douglas Wenn er den kennt Also es ist auch so eine schöne Schöne Scheidungsgeschichte Sag ich mal Schöne Scheidungsgeschichte Über einen Mann Ja Über einen Mann Der einfach nur nach Hause möchte Naja Aber es ändert ein bisschen Es ändert Aber Naja Also ich glaube Tatsächlich eher nicht Also ich mag Teilweise Das mit den Anthropomorphen Tieren Ganz gerne Aber da Ich habe eben auch mal reingeguckt Das ist das Schöne Dass man beiher so Die Lesenproben Es ist mir fast ein bisschen Zu Zu einfach dargestellt Also ich mag das dann eher Wie es zum Beispiel Bei Black Set Gewesen ist Wenn es Ein bisschen dichter alles ist Aber das ist halt Eine Geschmackssache Das mit Anthropomorphen Figuren Ist eben Ganz spannendes Thema Also ich höre immer wieder Von Von Leuten Die Die damit Schwierigkeiten haben Wenn es keine Richtige Begründung Dafür gibt Warum das jetzt Ausgerechnet Anthropomorphen Figuren Sein müssen Das Ist etwas Was ich nicht habe Also Ich nehme das auch gerne Einfach mal hin Also mir reicht dann Quasi auch schon so Die Die Begründung Die Die der Andi Gerade gebracht hat Was ich auch Einen sehr spannenden Punkt finde Sodass du Du gesagt hast Du Fühlst dich vielleicht Sogar noch Eher rein In die In die Figuren Wenn sie nicht Menschlich dargestellt sind Wenn sie also noch Ein bisschen Maskierter sind Das ist was Was ich Auch schon mal Gesagt habe Über Generell Comics Oder auch Trickfilme Dass ich häufig Das Gefühl habe Das kann mich Emotionaler Noch mehr mitnehmen Weil es eben Ein Schritt Entfernt ist Von einem Realismus Gerade jetzt Wenn es jetzt Um Film geht Wo ich dann Als Beispiel Spider-Man Into The Spider-Verse Wo ich sage Da kann mich Emotional noch Mehr mitnehmen Kann ich mich Noch mehr Reinfühlen Als bei Jetzt anderen Marvel-Verfilmungen Wo ich dann Immer noch Mitschwingen habe Ja ich weiß Dass das nicht Tony Stark Sondern Robert Downey Jr. Ist und ich weiß Ich habe den auch Schon in anderen Filmen Gesehen Also da ist immer noch So ein Bruch Dann noch So ein bisschen Mit drin Dass ich nicht Eben nur Die Figur sehe Sondern auch noch Den Schauspieler Mit sehe Etc Und dass das Bei Trickfilmen Und dann eben Auch übertragen Bei Comic Diesen Bruch So nicht gibt Deswegen fand ich Das ganz spannend Dass Andi das Jetzt auch gesagt hat Als quasi Noch einen Schritt Weiter Also es ist ja Schon ein Comic Und dann Kommen aber auch Noch diese Tier Köpfe Da mit drauf Dass es also quasi Die Noch einen Schritt Weiter vom Realismus Weg ist Was es aber Irgendwie Für dich In der Leseerfahrung Noch einen Schritt Nachvollziehbarer Oder auch Wahrer In der In der eigenen Empfindung Gemacht hat Ich frage mich gerade Ob es Es waren ja jetzt In dem Fall alles Hunde Ob es auch hätten Katzen sein können Und ich frage mich gerade Ob es in irgendeiner Form Es hätte ja auch sein können Dass keine Ahnung Beispiel Ich sag mal jetzt was Knochen Eine besondere Rolle spielen Oder so Aber dem ist nicht so Also es wird auch Überhaupt in keiner Form Thematisiert Dass das jetzt Hunde sind Es ist ja einfach So einfach Hunde Wären es einfach Menschen Wären es einfach Menschen Aber zu uns sind es halt Eben Anthropomophe Hunde So ist das ganz interessant Stimmt schon Das ist glaube ich Auch alles Was man zum Ausnahmezustand Sagen kann Und möchte an der Stelle Wo wir jetzt glaube ich Alle Comics Abschließend besprochen haben Noch für euch da draußen Mal eine Info Hinterlassen Bevor wir vielleicht Eine andere allgemeine Themen besprechen Ich möchte darauf hinweisen Dass ihr die Möglichkeit habt Sogenannte Affiliate Links Zu nutzen Das mache ich jetzt mal Ganz dreist Denn wir Haben mega Bock Für euch über Comics Zu sprechen Und im Regelfall Haben wir uns die Comics Auch alle total privat Selbst gekauft Und ihr habt die Gelegenheit Und ihr habt die Gelegenheit Wenn ihr die Comics Die wir hier besprochen haben Auch haben wollt Über Affiliate Links Das sind also Links Die ihr anklickt Und dann landet ihr Auf einer großen Versandplattform Mit A Also Amazon Quasi die Comics Ganz regulär zu kaufen Zum regulären Preis Teilweise auch gebraucht Und wir bekommen Einen kleinen Aber winzigen Wirklich winzigen Total winzigen Prozentteil Dieses Geldes ab Das ermöglicht uns Wiederum Diesen Podcast Für euch etwas Kostenneutraler Zu produzieren Also ist nur so ein kleiner Netter Hinweis Den ich an der Stelle Auf jeden Fall mal Gestreut haben möchte Wenn ihr Bock habt Uns zu unterstützen Wenn ihr Bock habt Comics zu kaufen Und wenn ihr nicht Überlegt die Gelegenheit habt Das bei euch Im lokalen Comicgeschäft zu tun Dann macht das gerne Über die Affiliate Links Die ihr in den Shownotes findet Ich hab jetzt noch Eine kleine Anschlussfrage An den letzten Comic Okay Ist das Du hast ja gesagt Das ist auch Für Leute Die Marriage Story Ja Gut fanden Damit konnte ich Eher connecten Als mit Diesen Slice of Lies Also ich bin kein Vater Von einem Kind Dadurch war das Ein bisschen für mich Abstrakt Also macht das Außerhalb davon Dann auch Spaß Oder würdest du dann Sagen Lies eher rein Das könnt ihr sonst Nicht ganz so liegen Also ich bin da So ein bisschen Gespalten Es ist insofern Was anderes Dass es hier keine Krassen Dialoge gibt Also nahezu keine Wir haben nahezu Keine größere Interaktion Zwischen ihr und ihm Es geht wirklich Eigentlich ausschließlich Um ihn Um seine Lebenslage Und die Darstellung Der Probleme In denen er steckt Ja Als würden wir hier nur Ach wie heißt er Ben Heißt nicht Ben Sondern eigentlich Bei Marriage Story Wer ist der Schauspieler? Adam Driver Dankeschön Ja Also das haben wir dann Also das haben wir nur Seine Perspektive Dieses Dialoglastige Und wirklich sehr Emotionale Das fällt halt weg Es geht mir mehr um Die Darstellung Dieser Stimmung Der Thematik Deshalb der Vergleich Ah okay Also lese ich da Vielleicht eher Erstmal eine Leseprobe Bevor ich mir Dann mein Urteil Bilde Bisher Weiß ich noch nicht Ob mir das Zusagen würde Ich habe auch Drei vier Episoden Erst gelesen Weil ich wirklich drin war Aber es geht halt auch Sau schnell Es sind zwei Panels Pro Seite Du bist da ratzfatz Durch und dann ist Die erste Episode rum Dann die zweite rum Dann die dritte rum Und dann Es geht schon schnell Wenn du einmal angefangen hast Okay Prima Jungs habt ihr noch Themen Allgemeine Themen Oder sonstige Themen Die ihr heute mal Ansprechen wollt Nicht von mir Nö Im Detail von mir Auch nix Ich habe nur gesehen Dass es jetzt scheinbar Nochmal eine zweite Ausgabe Des DC Fandoms gab Vor wenigen Wochen War Fandom DC Fandoms Erste Mal Da habe ich auch Richtig dick E-Mails Bekommen Und da gab es dann Ganz viele neue Trailer Zu DC Filmen Und ich meine Ich bin quasi Also ich bin Comic Podcast Ich habe zwei Comic Podcasts Und wusste nicht Dass DC Fandom Noch eine zweite Wiederauflage Wenige Wochen später kriegt Bei dem es nämlich Um die Comics von DC geht Und den Veränderungen Die da jetzt am Start sind Und so Da kann ich inhaltlich Jetzt gar nichts weiter zu sagen Da vielleicht noch der Hinweis Dass zum Beispiel Der René von Renés Nerd Cave Da eine schöne Zusammenfassung gemacht hat Die ihr euch gerne mal anschauen könnt Also falls ihr So ein bisschen Comic News mäßig Mal Bock habt Zu wissen Was bei DC aktuell ist Da gibt es halt gerade Oder gab es zumindest Die DC Fandom Und da gibt es auch Tolle Zusammenfassungen Im Netz Mit tollen Panels Und so Wisst ihr Bescheid Ja aber das wird wirklich So unter dem Radar verkauft Das habe auch ich Erstmal nicht mitbekommen Ich weiß nicht Wieso die das so An den Fans Vorbeigesendet haben Ich habe ein Panel gesehen Und ich habe es aber auch Nur mitbekommen Weil jetzt wieder Mein Freund David aus den USA Mir einen Link geschickt hat Oder eine Nachricht geschickt hat Dass dieses Panel stattfinden würde Das war das Zur Rocherserie von Tom King Hauptsächlich weil das Moderiert wurde von Damon Lindelof Der die HBO Watchmen Serie gemacht hat Und das habe ich mir angeschaut Das war ganz spannend Aber ansonsten Ich bin jetzt auch nicht so super In der Superheldenwelt drin Aber auch an mir war es Vorbeigegangen Ansonsten Das ist echt eine Schande Aber gut Ich glaube da müssen wir An anderen Stelle nochmal drüber sprechen Was Warner und Disney Von den Comics Vom Quellenmedium ihrer Filme halten Sei vielleicht An anderer Stelle mal thematisiert Prima Büschen geil So findet man uns eigentlich Wenn man hier Podcast hört Und so Erzählt mal Jungs Wo sind wir eigentlich Auf welchen Social Media Plattformen Sind wir Und warum müssen wir da unbedingt Warum muss man uns da folgen Wo sind wir da Breedstorm Also wir sind auf jeden Fall Auf Twitter Auf Facebook Und auf Instagram Twitter ist natürlich Premium Das ist ganz klar Weil du das verwaltest Wir haben so eine komische Situation Dass irgendwie jeder Eine andere Plattform verwaltet Das heißt Je nachdem Auf welcher Plattform Ihr uns anschreibt Erwischt ihr einen anderen Cookie Ist aber schon schön Also wir posten da natürlich Und wir sind da auch Relativ gut unterwegs Und auch erreichbar Und so Schreibt uns mal ran An Wir haben tierisch Bock Auf euer Feedback Ich sage immer gern Das Feedback Der Lohn des kleinen Podcasters ist Und dem ist tatsächlich so Wir freuen uns drauf Von euch zu hören Unsere Downloadzahlen Sind dreistellig Und trotzdem gibt es nicht So mega viel Feedback Ich freue mich tierisch drauf Von euch zu hören Ihr könnt uns gerne auf Facebook, Twitter, Instagram Anschreiben Ihr könnt uns gerne auch bewerten Das macht man zum Beispiel Auf Apple Podcast Man kann uns bewerten Auf Keine Ahnung Auf Podcast.de Man kann In Fit Dinge anlegen Also man kann tausend Sachen machen Macht das mal Teilt uns mal Wenn ihr Bock habt Auf uns Und vielleicht auch Themenvorschläge habt Sind wir gern Also wir freuen Wir wollen von euch hören Mach einfach Geil Jungs Patrick Andy Breedstorm Vielen Dank Gerne Auf bald Tschüss Ciao Ciao